Ja, ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier auf meinem Kanal zum nächsten Livestream. Freitag, Start ins Wochenende mit Assassin's Creed 3 Remastered. Damit geht's heute weiter. Genau an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, vorgestern war's. Am Mittwoch. So, Eugen ist da. Moin Moin, Estrella. Sugar, willkommen. Willkommen. So, ich freu mich. Heute doch eine kleine Planänderung. Kein Koop-Party-Gameplay heute mit meinen Kollegen, weil die haben heute zu tun. Die sind nicht da, aber das gibt's dann morgen wieder. Deswegen heute spontan doch nochmal Solo unterwegs hier in Assassin's Creed. So, Moin, Devin. Geht ja auch gleich ein paar Minuten los. Wir teilen auch den Stream auf Twitter, Facebook. Konntest den Link reinhauen. Heute mal mit so einer Stream-Ankündigung. Ich hoffe, den einen oder anderen hat's geholfen. Dass er da besser aufmerksam gemacht wurde auf den Stream, hoffe ich. Könnt ihr da gerne mal reinschreiben, ob ihr das überhaupt gesehen habt. Weil ich hab das zum ersten Mal in dieser Planung gemacht, wo man das dann gesehen hat. Aber ich glaube, es hat geklappt. Und ich hab pünktlich angefangen. 19 Uhr. So. Klicken wir doch schon mal auf Einzelspieler. Können wir schon mal laden hier. Grenzland 10% bin ich jetzt im Grenzland noch. Immer noch unterwegs mit Haytham Kenway. Immer noch so zu sagen, der Prolog der Geschichte. Leidezeiten sind ja zum Glück nicht mehr so lang hier beim Remastered auf der PS4 Pro. Das geht schnell. So, links sind auch raus. Okay. Adrian, willkommen. Moin Moin. Und da sind wir schon. Siehst du, genau an der Stelle, wo ich das Spiel ausgemacht hatte. Da geht's weiter. Okay. Was sind denn meine Ziele hier? Milizen eliminieren, ohne offenen Konflikt auszulösen. Zwei Stück. Darth, äh, Darth Revan. Willkommen. Moin Moin. Katrin, hallo. Moin Moin. Na, freut mich doch. Dann hat's ja geholfen. Okay. Zwei Milizen. Direkt vor uns. Ohne einen Konflikt auszulösen. Wo hab ich denn hier zwei Stück mal nebeneinander stehen? So ein Doppelattentat wäre natürlich jetzt super. Oder die da hinten. Kann ich einen pfeifen? Tötet sie! Tötet sie! Dann zählt da noch einer. Ich muss zwei ausschalten. Ich brauch da hinten die zwei, die auf der Bank sitzen. Oder die links stehen. Äh, mit einem Doppelattentat. Damit das zählt. Moin Luca. Willkommen. Es reicht doch, wenn ich, ja, ich begrüße, ja. Aber, aber, aber dieses, dieses, extra Grüßen, äh, das, das, das gehört sich nicht. Also, finde ich nicht, passt nicht in den Stream. Dann will das nachher jeder und dann, dann bin ich hier nur noch am Grüßen. Ich sag ja Hallo zu jedem, der reinkommt. So, so höflich bin ich ja. Das gehört, das, das gehört sich auch so. Jeden begrüßen. Begrüßen muss sein. Aber extra noch mit Namen erwähnen und dann, nee. Nee, das wäre zu viel. Bisschen Verständnis dafür, hoffe ich. So, wie kriege ich denn zwei Stück jetzt hin? Weil die dabei sind auch nicht schlecht. So, komm ich hier hoch. Ich muss irgendwie mal auf die andere Seite kommen. Ohne, dass die mich sehen. Ich geh extra langsam. Ach, dass man nicht mal in ein normales Gebüsch reingehen kann. Mal runter, runter. Ich glaube, die hier stehen ein bisschen zu weit auseinander für einen Doppelattentat. Oder? Geht das? Beide anvisieren. Komm schon. Nein, wieder noch ein. Ach, spring doch noch auf den einen. Die stehen ein Stückchen zu weit links, rechts. Dann geh ich darum. Die beiden, die auf der Bank sitzen. Das ist einer. Komm schon. Da. Den Busch kann ich mich nicht verstecken? Ist ja scheiße. Ich verwisere immer noch die Schleichtaste, die man dann später in den Assistants geteilen hat. Nein, wir nehmen doch den anderen noch mit, Mann. Gott, der Typ, ey. Hey, Sven. Moin, willkommen. Und Anobus. Vielleicht mal die versteckten Klingen auswählen. Vielleicht geht es damit besser. Okay. Ach, der hat nur eine, ne? Tja. Ne, ne. Es sind schon zwei. So. So. Ich habe schon viele Fantasy-Spiele gezockt, ja. Empfehlen? Keine Ahnung. In welche Richtung soll es denn gehen? Fantasy-Rollenspiel? Fantasy-Story? Fantasy-Shooter? Keine Ahnung. Da gibt es ja viele Sachen. Dragon Age-Reihe ist super als Fantasy. Mass Effect. Science-Fiction-Fantasy ist auch super. Da gibt es vieles. Jetzt rennen die da oben immer hin und her, ey. Die Blöden. Es geht um eine Entdeckung. Hier steht ja auch schon einer von den Typen. Wie lange soll das jetzt hier noch gehen? Der Virus ist da. Hallo, willkommen. Wir warten auf das Signal. Ja, direkt vor uns. Oh, der kommt. Schnell runter. Der Typ, der immer noch hin und her läuft, ey. Wieso hat er jetzt eins von zwei? Ich habe gerade zwei getötet. Ihr habt es gesehen, oder? Das waren zwei. Ich habe zwei getötet. Er hat da nicht gezählt. Milizen-Ivelin ohne offenen Konflikt. Eins von zwei. Ich habe zwei abgestochen mit einem Attentat, Mann. Ich habe Beweise. Ich habe es auf Video. Die sind sogar beide gleichzeitig gestorben. Wir warten auf das Signal. Dort, direkt vor uns. Ja, der steht wieder auf. Tötet sie! Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt muss ich spiele ja mal weiter. Habe ich dich geschossen? Doch. Das waren definitiv zwei, die ich da vorher gemacht habe. Das ist Schiebung. So früh am Abend. Wenn wir den Baum aus und aus der Kamera. Wer stellt da einen Baum hin? So, Tommy ist noch gekommen. Tommy, hallo. Und hallo, Masch. Und Briggs, guten Abend. So, umgezogen sind wir. Damit wir uns nicht auffallen. Die 100%-Herausforderung mache ich dann später. Aber ich habe definitiv eben zwei Stück mit einem Doppelattentat ausgeschaltet. So, äh, zu Braddox Position reiten, da vorne. Na, ich komme hier natürlich nicht runter. Pferde sind hier noch nicht so die Klippenspringer wie später. Und die Indianer, die laufen da schön oben über die Bäume. Oder besser gesagt die amerikanischen Ureinwohner. Was hat er denn hier? Behandelt man so die Arbeitskollegen? Empfehle. Empfehlung gibt es von mir eigentlich gar nicht, ne. Jeder, jeder, jeder weiß da selbst, was er, was er gerne spielen möchte und kennt seinen, 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 seinen Geschmack. Oh, der hat den gerade, der hat den Typen abgeknallt. Wenn man seine Befehle nicht beachtet, der Braddock immer, der, das ist ja der Killer, haben wir da schon die Geschichten von gehört. Ein zufriedenes Lächeln, äh, Nicken. Okay. Also Lobby, wenn, wenn du das Spiel schon gespielt hast, dann, äh, musst du halt gucken, ob du es nochmal spielen möchtest. Ich kenne es halt schon von damals, aber ich habe den, ähm, wow. Oh, achso, ich muss da drauf schießen, hier. Wo ist meine Schusswaffe? Zeitlufe hier. Ja. Bei der Kamera war, Dings, bloß hier. Okay. Äh, ich habe, ich habe halt den Season Pass von Assassin's Creed Odyssey und wenn man den Season Pass davon hat, dann bekommt man das Remastered von, von drei hier kostenlos. Und deswegen brauche ich da nichts extra zahlen. Schieß doch mal. Waffe war mir ja nicht nachgeladen, oder? Leiche. Luka, keine Ahnung. Ich mache nur Videos von vorne, wenn ich dazu auch Bock habe, wenn ich Lust habe. So, hoffentlich lädt er jetzt die Wache nach. Das dauert immer so lange hier in dem Spielen. Die alten Büchsen. Echt da. Na klar dann, fünf Schuss habe ich noch. Die alten Musketen. Boah, wie die da oben runterfallen. Ja. Dann kriegen wir noch Action geboten. Hey, es regnet. Ist es Raining Man, oder was? So, oben immer noch weitere, weitere Morhawks. Vielleicht soll ich mal ein bisschen die Spuren geben. Als wenn ihr dann noch Bäume gefällt. Jawohl, ihr ist down. Jetzt kriege ich ihn. Hey, Mystery Gamer, hallo. Er hat den Pferd in den Arsch geschossen. Diese Arroganz. Ich wusste, sie würde euer Ende sein. Wird euer Ende sein. George Washington auch dabei. Oh, sie geht aber nicht zimperlich um mit George Washington. So, ich könnte vielleicht mit der Büchse in den Rücken schießen. Aber nein, so fies bin ich nicht. Ich laufe wieder nach. Ich kriege ihn so. Wenn er den Flying Neak tritt ans Kinn. Kilian, hallo. Euer Tod öffnet eine Tür. Ist nichts Persönliches. Naja, vielleicht ein bisschen persönlich. Nur ein bisschen. Ihr wart mir einen Dorn im Auge. Schon lange. Aber wir sind doch Waffenbrüder. Einst, vielleicht. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen? Ihr erschluckt Unschuldige ohne jeden Skrupel und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Säbel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen? Die Welt wäre doch ein viel besserer Ort, als sie nun ist. In diesem Falle habt ihr recht. Und dann nimmt er ihn den Ordensring auch noch ab. Richtige Demütigung. Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt. Ich erwarte, dass du deinen hältst. Folge mir. Genau, sie wollte ihm das Gewölbe zeigen. Zayat, hallo. Hallo. Nein. Nein! Du scheinst enttäuscht? Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Diese Kammer ist aber alles. Ich habe mehr erwartet. Was bedeuten Sie? Es erzählt die Geschichte von Yodzizizu, die in ihre Welt kam und sie formte, damit sie leben kann. Ihr Weg war beschwerlich, voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder, an ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, blickt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte, ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft. Du hast mir viel Güte entgegengebracht, Sio. Ich danke dir. Ich... Ich sollte gehen. Das ging flott. Blutengel, guten Abend. So, die Braddock Expedition abgeschlossen. Und das Gewölbe gefunden. Nur das Doppelattentat hat er mir nicht gegeben. Böse. Und ein weiterer Gegenspieler auch auf jeden Fall ausgeschaltet. Ein paar Tage später wieder zurück in Boston. Der Winter ist ja auch vorbei. Auch Boston nicht mehr von Schnee bedeckt. Obwohl das auch ganz schön aus war. Guck mal, das ist sogar eine Ratte. Welche Einzelheiten hier. Ratte auf der Straße. Aber keine weiteren, wichtigeren Symbole auf der Karte. So, gehen wir wieder zurück in die Taverne des grünen Drachen. Moin, Philipp. Ah, Lee ist schon wieder am Saufen. Master, können wir? Habt ihr es gefunden? Das war nicht der richtige Ort. Die anderen warten auf euch. Gentlemen. Bitte. Setzt euch. Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle. Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer. Das heißt, wir sind nah. Nicht nah genug, wie es scheint. Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln. Unseren Orden erweitern. Und eine feste Basis einrichten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Städte entdecken werden. Genau. Das hört. Des Weiteren. Glaube ich, dass es an der Zeit ist, Charles in unsere Reihen aufzunehmen. Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen, diente uns tadellos bereits vom ersten Tag. Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden und von diesem Geschenk profitieren können. Ist jemand dagegen? Nun gut. Charles, fangen wir an. Schwört ihr die Grundregeln des Ordens und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Niemals unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies von nun bis in den Tod. Koste es, was es wolle. Ich schwöre. Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Gemeinsam werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten. Eine der Sinnhaftigkeit und Ordnung. Orant. Ihr seid ein Templer. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Moment. Was? Synchronisierung abgeschlossen. Jam Paddle. Hallo erstmal. Jam Flack. Und schmeckt dir der Apfel. Schmecken dir die Äpfel. Das fand ich beim ersten Mal spielen so einen coolen Moment. Weil man spielt so lange mit Haytham Kenway und denkt dann auch so, ja eigentlich ist er ja so vom Charaktertyp her ganz cool. Greift hart durch und dann erfährst du an dieser Szene, er ist ein Templer und baut da seinen Orden auf. Du hast es gesehen, oder? Wow. Allerdings wow. Haythams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen. Er ist auch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort? Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, tu dies. Desmond, tu das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templer-Verschwörer. Und fände es klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab's satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die scheiß Templer! Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarten. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich? Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen! Du musst dich zusammenreißen! Uns rennt die Zeit davon. Also, das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert. Und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden könnten? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Sean und Rebecca, die auch noch später bis Unity immer noch dabei waren. Ja. Also, das Ende der Welt rückt nahe. Die Sonne. Die Sonneneruption, die ja dann bevorsteht. Das muss ja Desmond hier noch aufhalten in der Gegenwart. Tja. Hayth and Kenway. Ein Templer. Ein Templer-Orden. Und sogar ein hohes Tier bei den Templern. Aber er war auch Assassine. Das muss man auch nicht vergessen. Er ist ja immerhin der Sohn von Edward Kenway aus Black Flag. Sein Vater war Pirat. War ja an sich auch kein echter Assassine. Er war ja Pirat. Aber ist ja dann irgendwie durch die ganzen Machenschaften da in den Orden der Assassinen reingekommen. Und ist ja auch dann geblieben und hat für die gekämpft. Und sein Sohn, Hayth and Kenway, wurde dann ja auch ausgebildet als Assassine. Deswegen hat er auch die schweigsteckte Klinge und das Adlerauge und weiß, wie die Assassinen vorgehen und wie sie jagen oder wie sie ihre Fähigkeiten einsetzen. Hat sich dann aber gegen sie gestellt und ist Templer geworden. Ist an sich eine sehr interessante Geschichte. Oh, da steht Juno. Juno neben dem Animus. Und nur Desmond sieht sie. Was macht sie da? Jetzt ist sie weg. Sieht fast aus wie so eine Hochzeitsbraut, oder? Juno. Mehr kennt sie nicht. Was machst du da? Ach, alles Mögliche. Wenn du in Aktion bist, müssen wir dich im Auge behalten. Und in Kontakt bleiben. Ein paar Sicherheitssysteme hacken reicht nicht. Danke. Danke. Für das. Ich weiß nicht. Für alles. Du hast viel für mich geopfert. Du und Sean auch. Hast den Animus aufgerüstet, mich trainiert, mir aus dem Koma geholfen. Du steckst so viel Arbeit in die Datenbank. Hast bei Clays Rätseln geholfen. Ich weiß, es war nicht unbedingt leicht, mit mir zu arbeiten. Und das tut mir auch leid. Und ich wollte nur sagen, dass ich, auch wenn ich es nicht zeige, das alles wirklich zu schätzen weiß. Juno ist schon wieder da. Aber immer wenn ich zu dicht rangehe, dann verschwindet sie. Voll das Versteckspiel. So, ich muss eine Batterie finden. Dann laufen wir nur ein bisschen mit Desmond in der Gegend hier rum. Adlerauge sagt mir nix. Hey Sam, willkommen. Ich finde es aber auch irgendwie ganz cool, dass dann die in den neueren Spielen das Adlerauge dann eher an sich so verschwunden ist. Und die dann echte Adler bekommen haben. Sieh dir das mal an. Was ist das? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ein Countdown. Und der Symbolik nach zu urteilen, kann man wohl sagen, wenn der hier leer ist, beginnt das Ende. Okay. Okay. Müssen wir gucken, jetzt kann ich auf welcher Seite ich zuerst die Batterie finden sollte. Da komme ich nicht hoch. Aber... Ah doch, hier kann man rüber. Haha. Die Dinger an der Decke habe ich zuerst gar nicht gesehen. Hier ist aber noch zu. Okay. Die Seite ist noch dicht oben. Ich weiß nicht, man konnte später nochmal hierher oder musste dann die anderen Batterien noch finden und geht auf die andere Seite auf. Ja, auch nicht. Ah, hier geht's. Die Seite ist es diesmal. Als erstes. Die Sonne. Die Sonne, die die Erde brät. In den Anfängen, als wir dachten, wir könnten uns retten, wollten wir den Zorn der Sonne nutzen und einfangen. Vier Türme wollten wir bauen, um ihre Wut dorthin zu lenken und sie dann zu zerstören. Aber trotz all unseres Wissens, all unserer Macht, dauerte es zu lang. Tausend Jahre der Arbeit wären trotz all dem nicht genug gewesen. Der erste Turm wurde nie gebaut, das Projekt aufgegeben. Wir zogen weiter. Doch während wir uns neu im Zuwanden, kehrten einige zurück. Sie wollten den Prozess automatisieren. Metall könnte beenden, woran Fleisch scheiterte. So. Ein paar hilfereiche Informationen von Juno. Wo war nochmal die Batterie? Weiter oben lau' ich. Okay, vorsichtig langbalancieren. Komme ich jetzt da hin? Hm, ne. Ich komme an dem Ding nicht vorbei, oder kann ich mich vielleicht hängen lassen da? Ne. Hm. Ah, ganz schnell dran vorbei. Dann geht's. Hey Cake, willkommen. Sam, es gibt nur eine Story in der Echtzeit, die alle zusammengehören. Die Story in der Echtzeit ist immer die, die fortgeführt wird, von Teil zu Teil. Das geht immer weiter. Deswegen ist ja, also hier noch Desmond. Aber später hier ist Sean und Rebecca, die sind ja bei Unity dann auch noch wieder mit dabei. Oder bis Unity, bei Black Flag sowieso. Es geht ja immer weiter. Wenn wir die grausame Macht der Sonne nicht nutzen konnten, vielleicht konnten wir sie abwehren. Wir konnten die Felder schon erzeugen, um uns in Zeiten des Zists zu schützen. Doch dieses waren kleine und simple Dinge, sie in den ganzen Ausmaßen eines Planeten zu erschaffen. Dafür malte es unsere Energie. Die halbe Welt, sagten sie dann. Das wäre besser als nichts. Ein Versuch. Wieder ein Fehlschlag. Ein Viertel, fragten sie. Selbst das schafften wir nicht. Ein Sechstel, ein Achtel, ein Zehntel, riefen sie. Die Antwort blieb die gleiche. Mit viel Zeit könnte eine Stadt verschwunden werden. Doch über diese Zeit verfügten wir nicht. Wir zogen weiter. Im großen Teil geht es in der Realitätsgeschichte von Assassin's Creed immer nur darum, was Juno vorhat. Du kannst Juno nicht leiden. Ja, wer kann das schon? Wenn man alle Teile kennt, dann kann, glaube ich, niemand sie leiden. Aber gut, das erfährt man jetzt erst hier in dem Teil. Und wenn man den dritten Teil hier noch nicht kennt, dann möchte ich das auch noch nicht verraten. Aber an sich geht es halt größtenteils in der Gegenwartgeschichte um Juno. Ihr Vorhaben. Das ist nur ein Balkon hier, ne? Zum Gucken. Jetzt ging es, glaube ich, hier weiter. Da unten steht sie wieder. Da bin ich ja hoch. Da bin ich angefangen. Kann ich mich hier durchzwängen? Nein. Wird ja sein können. Echt nicht hier oder so? Zum Klettern? Nein. Hier bin ich auch eh rübergekommen schon. Von der anderen Seite gerade. Das zu. Ich kann den Wege nicht mehr. Thomas, moin moin. Komm. Hier ist doch gar nichts mehr. Glaubst du wirklich, dass wir hier unten Antworten finden? Vielleicht. Aber mit der ersten Zivilisation zu reden, war immer schwierig. Stell dir vor, wie es für die sein muss. Was meinst du? Wieso spricht Rebecca über Funk? Ich weiß nicht, warum die das alles so kompliziert machen. Wenn sie etwas von mir wollen, warum sagen sie es dann nicht einfach? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe das Gefühl, dass Juno und Minerva sich nicht unbedingt einig sind. Nee. Ich studiere alles, was ich in die Hände kriege. Aber vielleicht findest du da unten etwas, das Licht auf dieses Rätsel wirft. Was geschah zwischen ihnen und warum? Johnny, willkommen. Und Okusan, hallo. Warte mal, da steht jetzt einer da oben. Warum steht er jetzt hier? Ja. Ich dachte nur, ich sag mal, hi. Hi. Toll. Du hast im Moment doch viel wichtigere Dinge zu tun. Oh, Dad. Was soll ich denn bitte schön sagen? Ich weiß nicht. Hi, Sohn. Wie geht's dir? Was machst du so? Ich weiß, was du so machst. Nichts. Du hast in einem dreckigen Apartment mit sinnlosen Jobs rumgegammelt, während der Rest von uns gekämpft hat, um etwas zu erreichen. Du bist so ein Arschloch. Oh? Du denkst daran, mich nochmal zu schlagen? Aber dieses Mal schlage ich zurück. Thomas, ich spiele doch schon was. Nee, ich wechsle doch nicht das Spiel. Nee, heute nicht. Immer das, was läuft. Das reicht doch. Das hat doch Spaß. Ist jetzt vielleicht hier die andere Seite aufgegangen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wo ist das dunkel hier? Nee, die Tür ist noch zu. Ich finde die Batterien nicht, ey. Das wird aber auch hier schlecht dargestellt, wo man hin soll. Als ich da oben war, habe ich nichts gefunden. Sean, sag doch auch mal was. Bis hierhin ist der Weg ja ziemlich einfach. Dann hier rüber und dann war ich hier. So. Dann ist einmal hier der Ausgangspunkt. Wo ich nirgends weiterkomme. Hier ist aber auch keine, keine, also nichts zum Drücken oder sowas hier. Auf der Schaltfläche. Springen geht auch nicht. So, oder halt hier der Weg, der noch offen ist. Außer, dass wir hier vielleicht irgendwas von hier aus irgendwo hinspringen. Aber da, da oben war ich ja auch. Da komme ich ja her. Dann geht es nur hier runter. Hier komme ich nicht hinter, hinter die Wand. Da ist zu. Und hier ist nichts. Sam, nein, sowas macht man nicht. Hallo, Desmond. Wie geht's? Wie immer. Neuer Tag, neuer Vorfahr. Wer hätte gedacht, dass du einen Templer im Stammbaum hast? Ich glaube, er fing als Assassine an. Haben ihn wohl umgedreht. Und wieder hast du recht. Ich habe unsere Archive durchsucht. Und anscheinend war Hathams Vater wirklich ein Assassine. Und er dann ja vermutlich auch. Zumindest eine Zeit lang. Eine Zeit lang. Was hast du nachgefunden? Der Typ aus der Oper, Reginald Birch. Großmeister der Londoner Kontur der Templer. Er und Hathams Vater, ein Mann namens Edward. Naja, sie waren alte Rivalen. Anscheinend hat Birch Hatham schon früh in die Hände bekommen. Und alles versucht, damit Hatham die Seiten wechselt. Ich frage mich, wie er es schaffte. Mal sehen, ob ich mehr finden kann. Ehrliche Antwort, Desmond. Glaubst du, wir kommen da lebend raus? Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist sehr viel verlangt. Wenn die die Welt nicht retten konnten, wie zum Teufel sollen wir es dann schaffen? Wir haben noch Zeit. Wir haben weniger als zwei Monate. Die hatten Jahrzehnte und viel mehr Ressourcen. Und das Schlimmste, wir wussten, dass es so kommt. Seit Jahrhunderten. Geschichte wiederholt sich. Die erste Zivilisation war so in den Krieg gegen uns vertieft, dass niemand merkte, was passieren würde. Wir wurden vorgewarnt. Und stürzten in den Krieg gegen die Templer. Super. Aber hoffentlich wird das, was hinter der Tür liegt, etwas ändern können. Und wenn nicht? Naja, wir haben es wenigstens versucht. Ich arbeite mal weiter. Sollte es auch drüber nachdenken. Ich arbeite gerade. Alle visuellen Hinweise sind da. Keine Zeit für Geplauder. Okay? Sorry. Alle visuellen Hinweise sind da. Aber nicht für mich. Die Seite ist halt komplett dicht hier. Also hier auf der Seite ist nichts. Kommt wieder auch nicht an. Haben wir hier noch was? Hier ist noch alles zu. Alles geschlossen. Ich gehe mal dahin, wo Juno immer steht. Vorhin Anni muss. Aber da komme ich halt so auch nicht rein. Doch. Doch. Geht sogar. Okay. Dann mal los. Jetzt habe ich die Batterie gar nicht gefunden. Nein, hole ich später. Beim nächsten Besuch. What? Dann迫 dich absoluten muscleen. Ich gehe dadurch gerade nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So wie die geschrieben sind, weiß man halt kaum, wie man die richtig aussprechen soll So, Kinder finden Gibt es da nicht eine Zeit für? Die Hinweise analysieren, um Freunde zu finden Freunde zu finden, Freunde zu finden, okay, viele Fußspuren Drei Richtungen, wir gehen da lang Zeitlimit für alle Kinder, drei Minuten, so lernen wir halt das Spurenlesen, was die ganz gut hinkriegen hier So, den ersten haben wir, das ist auch kein Versteck, dachte er, er verschmelzt mit dem Stein im Hintergrund oder was? Der sitzt da einfach vor dem Felsen, ey Der sitzt da einfach vor dem Felsen, ey Die verstecken sich beide im gleichen Versteck, ja, wir wissen auch nicht, wie das Spiel funktioniert Jason, moin, mir geht's gut Er hat Hunger Ja, wir müssen aber doch noch den letzten finden, danach gehen wir essen Na, ist da auch im Busch? Na, wo ist denn der Letzte? Kriegen die da gerade keinen weiteren Hinweis angezeigt Auch hier drin? Ach, das ist ja langweilig, wenn die gleiche Verstecker haben Alle in der vorgegebenen Zeit Zum Baum zurückkehren Habe ich jetzt gewonnen, ich habe sie alle gefunden Die ganze Zeit der Gesang noch in den Hintergrund, ne Da fragt man sich, auf welche Bäume hocken die Sänger Nochmal Jetzt darf ich mich aber verstecken, oder? Jetzt zieh mal nicht den kürzesten hier Ja, Gott sei Dank Das darf der auch mal suchen Ich kann nicht schneller laufen Das sind alles nur Heuhaufen Versteck schon belegt Ha, der geht Muss erst mal einen Haufen finden, der nicht belegt ist Oi Das ist der von den Templern Williamson Ne, Johnson hatte ich da William Johnson Nicht John Williamson, sondern William Johnson Und Lee Du kommst mir bekannt vor Wo hab ich dich schon mal gesehen? Das war aber nicht nett Lass mich los! Oh, hört euch das an? Es kann sprechen Klug für ein Baby Und lebhaft dazu! Ja Wir haben Fragen an eure Ältesten Sag uns einfach, wo dein Dorf ist, Bursche Dann kannst du gehen Tu, was er verlangt, Kind Ich brech dir den Hals, weißt du? Nur ein bisschen mehr Druck Und knack! Schon ist dein kleines Lebenslicht verloschen Du bist ein Nichts Nur ein Staubkorn Du und dein ganzes Volk Ihr lebt im Dreck wie die Tiefe Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert Die Weisesten unter euch erkennen die Zeichen der Zeit Sie werfen sich uns zu Füßen und winseln um Gnade Doch du nicht, scheint es Nein Du klammerst dich an euer Leben Bist zu dumm, es zu begreifen Aber ich bin kein Unmensch Das war gelogen Ich verschone dich Damit du deinem Volk davon berichten kannst Lass sie wissen Je früher wir bekommen, was wir wollen Desto eher könnt ihr zurück zu eurer primitiven Existenz Ein guter Tausch, oder nicht? Wie ist dein Name? Ah Charles Lee Warum fragst du? Damit ich dich finden kann Da freue ich mich drauf Freu dich mal nicht zu früh Das war schon so krass Du lernst diese ganze Gruppe am Anfang kennen Und baust sie ja selbst mit auf Mit den ganzen Rekrutierungen Charles Lee und so, wie du den kennenlernst Und dann hier ab diesem Punkt zeigen die dann Ihr wahres Gesicht Als Templer Das ist so Geschichtsstory mäßig So gut gemacht Gewesen in dem Teil Ah, jetzt kommen wir nach Hause Und das Dorf Das Dorf brennt Ja, den Ureinwohnern von Amerika Wurde schon übelst mitgespielt damals Als man ihnen einfach So das Land weggenommen hat Das ganze Land Die müssen schnell zur Mutter nach Hause Das ist so Bis zum nächsten Mal Isto! Isto! kann ich klettern leider da hoch aber warum komme ich ja auch nicht den ganzen feuer hier am stein vielleicht nach oben nein nein die tür ist blockiert finden einen anderen weg ja doch hier kommt man noch durch sie ist eingeklemmt die sotik radun ho gedun und sie ist auch nicht guru zotni du hage Dordek, Dordek! Oysedek, Togaswahaak, Oysesege. Nekzizadurdiyondorak, Zinnoe, Odinikwekuhage. Jaa, Zanoressa, Daguatka, Dagirihu, Okenyogange! Oysedek! Iiiiisdaaaaaa! Puh. Neun Jahre später. Neun Jahre. Das ist eine tragische Geschichte hier. Jetzt schon wieder neun Jahre Zeitsprung. Er ist größer geworden. Puh. Okay, Federn müssen wir besorgen. Kann die Tokon beibringen, wie man klettert? Eigentlich ist es eher dazu da, um uns beizubringen, wie man klettert. So, jetzt sehen wir hier im Grenzland auch schon, es gibt hier Schätze, ein paar Kisten, Schatz und Hinkebeinsklunker und Federn natürlich. Aber mir kommt das so vor, als hätten sie die Schätze und die Kisten einfach geringer gemacht, als es damals war. Die haben ja gesagt, die passen das Spiel noch ein bisschen an und haben die Kisten reduziert, weil das damals echt zu viel war. Aya-chan, konnichiwa! Oh, Genki Desuka! Okay. Klettern wir. Und war das erste, der erste Teil, wo man durch die Wildnis über die Bäume klettern konnte, so richtig geschmeidig. Gab's erst im dritten. Klettern. Wir werden das nicht loswerden. In den nächsten Jahren, dann haben wir uns die Reise gesucht. Aber die Reise werden nicht genannt. Wenn wir uns die Reise haben, dann werden wir uns nicht mehr verlieben. Wenn wir uns nicht sagen, wir werden uns nicht mehr verlieben, dann werden wir uns nicht mehr wissen. Was du? Ja, wir werden die Reise gewonnen haben. Jörg, mein Mann, mir geht's gut, danke. So, ähm, weder, äh, weder Boden noch Wasser berühren, war das, ne? Weder den Boden noch Wasserflächen berühren. Über die Äste weitere Vorrücken. Okay. Huh, das war, das war ein Satz. So, Haytham Kenway, nämlich am Anfang, konnte noch nicht so über die Bäume. Weil er halt nicht in der Wildnis so aufgewachsen ist. So, die Steine hier zählen nicht als Fußboden oder Wasser. Hilfe, sagt er. Ist er runtergefallen? Idiot. Jetzt muss ich ihn auch noch retten. Da ist aber Stimmung hier in der Musik. So, ziehen wir ihn mal raus, sonst wird er noch nass. Ist er schon nass. Das ist aber so stimmungsvoll gemacht, indem sie, ähm, ja, die, die, die Sprache, die Sprache gelassen haben von denen, von den Ureinwohnern. Dann noch mit dem ganzen, mit der ganzen Soundkulisse und so. So, es kommt auch viel besser rüber, wenn die wirklich in ihrer Muttersprache sprechen. Und jetzt klettern wir. Okay, die, die eine Feder brauchen wir. Okay. Da ist die Klippe. Oh, ist aber hoch. Ist aber sehr, sehr hoch. Oh. Vorsicht. Das geht schon nach oben. Ich dachte, ich muss da jetzt noch um die Seite, äh, wie, wie, wie sie es hier noch gemacht haben, wie er sich so richtig an der Kante, äh, festhält, ne? Da muss ich sagen, da, ähm, das fand ich bei, bei den alten Assassin's Creed Spielen, so wie hier, den dritten, besser, dass, dass man richtig sieht, wie sie sich so Halt suchen an den ganzen Kanten. Deswegen kannst du ja auch nicht überall klettern. Aber das ist halt in den neuen, äh, Assassin's Creed Spielen ein bisschen weggefallen. Seit, seit Origins kannst du einfach überall hochklettern und gehst halt an so eine Felswand ran, geradeaus hoch und, äh, kannst halt geradeaus einfach, einfach hochklettern, ohne, dass er sich so die Kanten sucht. Und das war hier so ein bisschen stimmungsvoller gemacht, in den älteren. Dafür dauert das Klettern auch dann dafür ein bisschen länger, weil du dir immer die ganzen Stellen erstmal durchsuchen musst. So, haben wir eine Adlerfeder. Vorsicht! Weg, weh, toll. Gott sei Dank war er ein Haufen. Das hätte auch schief gehen können. So, weitere Vogelfedern, 0 von 3. Okay. Aber diesmal darf ich sogar auch runterfallen. So, wir haben uns hier mal den Startpunkt zum Klettern. Das sind wir hier. Und dann noch schnell drei Federn besorgen. Da haben wir einer. Da hatte ich mir ja eigentlich gewünscht, so bei, bei, bei den letzten Spielen, Red Dead Redemption, dass sie da noch ein bisschen mehr auf die, die alte Kultur eingehen. Da hatte man ja auch ein paar Missionen mit Ureinwohnern. Aber das war dann eigentlich an sich ein bisschen, leider zu wenig. So, war's drunter gefallen. Ich fuhl' da hin. da sollte ich eigentlich zur markierung gehen ich habe ich habe ich habe nur ich habe nur zwei adler weder eine eine fehlt mir noch aber ich habe gar keine mehr gesehen da hinten ist noch eine hier nicht alle so ein bisschen weiter weg aber hier noch ein aussichtspunkt haben da oben das ist auch die stelle wo ich runter gefallen wenn oder das war ein aussichtspunkt die mit dem wir müssen uns dann noch die letzte fehler anzeigen ich kurz hoch den ast hier muss ich haben oder na da geht es auch wie viele tiere hier rumlaufen fast wie im wie im zoo komme ich so eigentlich noch hoch das ist nicht der 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 dings aussichtspunkt ist irgendwo da oben na ja ja na da komme ich aber hin schön granit felsen hier warum ist der gesang weg weil ich mich zu weit entfernt habe da unten boah ist das hoch hier hätten sie ruhig auch noch mal gleich eine feder mit dran machen können an den baum hätte ich beides zusammen machen kann na komm schon voll die stein axt die er noch an da hat am gürtel komplett noch aus stein nicht meine klinge kein metall da ist gleich eine feder auf dem baum aber ich glaube da komme ich nicht durch weil da die zone schon vorbei zu ende ist mal gucken ob er mir was aufgedeckt hat naja guck mal da da muss ich hin hier wenn eine feder und da auf dem weg dahin auch noch eine also wenn ich die nicht holen kann durch die andere die sind dem baum aber da komme ich glaube ich nicht naja die darf ich nicht holen da ist das erinnerungsgebiet zu ende dann hole ich mir die andere also die so was ist der schnellste weg vom felsen runter kann ich nicht direkt irgendwo so einen geilen sprung machen das ist echt hoch wenn dann vielleicht von dem ast aus der da unten ist das sieht aber nicht schlecht aus auch im jetzt also wenn man so mal an als remaster betrachtet dies ist schön geworden noch mietze katze so da ist der ast mit der mit der mit der feder drauf ob ich hier dahin springen kann wahrscheinlich bin ich gleich tot nicht so weit ich wollte nur auf den ast er hat er hat er hat er hat noch zwei von drei federn gott sei dank jetzt habe ich alle so jetzt geht es schnurstracks zur ich wollte gerade sagen zur markierung aber die bäume führen einen oftmals nicht immer unbedingt dahin wo man auch hin möchte aber es sieht so cool aus wenn man vom baum zu baum läuft ich bin bereit ja jagd lektionen kommen jetzt ich habe doch eben schon puma gekillt ich bin bereit klar hat nur damit zu tun dass er fett ist das ist das ist noch eine einstellung ne dieser 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 wie er das sagt der hase ist ein geschenk und wir müssen die gabe der natur berücksichtigen und auch anerkennen und auch wieder ein teil zurückgeben also die waren so schon sehr natur verbunden damals da ist einer ja cool cool wir wollen nur das fleisch okay frische spuren also finden nehmen wir auch noch fallen aus so r1 halten fallen gerät und dann dreieck halten okay so da können wir die die schlaufe die schlaufe machen so eine so eine kaninchen falle so und dann so guter alten schlaufen trick okay hier sind zwei fallen einen herrsch in der umgebung aufspüren herrsche sind aber schon ein bisschen größer war hier nicht eben der der hinweis hat er ihn gerade gesehen die luke da nee also ich sehe keinen herrsch aber auch keine hinweise da der bush ist es ach die bären die essen die wahrscheinlich nicht sehr cool nee sind blüten und doch sind auch bären dran die roten da ja okay also pfeile und musketenschüsse beschädigen das fell und das fleisch und deswegen müssen wir ihn mit den händen killen mit den händen jagt man am besten belle guten abend moin moin immer alles mit den händen töten wenn ihr gutes fleisch haben wollt das waren noch echte männer damals ich werde es mit dem köder anlocken okay also den herrscher legen irgend noch eine besondere vorgabe nö dann hole ich jetzt die köder raus köder haben wir hier was ist das eigentlich geld geld werfen kann ich ein hirsch mit geld ködern nee ne so wir holen hier die köder jetzt erschnüffelt er die liegen hier im bush nach vorne und er kommt heute natürlich nicht vergessen oh lecker so den dreck lassen wir liegen wir geben der natur sozusagen damit wieder was zurück weil es gibt noch andere tiere die können dann nicht hier die reste futtern das ist das das denken der der von den leuten immer nur das nehmen was man auch braucht so zu den fallen zurückkehren schauen wir ob wir da kaninchen reingelaufen sind in die schlingen wahrscheinlich sind sie qualvoll verreckt hier ist auf jeden fall eins auch das fleisch mit auch mit dem steinmesser hier hat hasenpelz plus eins die 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 der ist doch schon fett genug hat er doch vorhin gesagt okay mehr als eine tierart jagen null von drei drei verschiedene tiere soll ich jetzt jagen köder und falle kombinieren um ein tier zu fangen weil köder und falle kombinieren um ein tier zu fangen und Luftattentate auf Tiere 0 von 2 Grave Eraser, ich kenne das Spiel schon, das ist von 2012 Ich habe es damals schon gespielt Es war damals gut und ist jetzt im Remastered Noch einfach schöner Von der Optik her Wenn man es aber noch nie gespielt hat, sollte man das mal machen Weil das ist wirklich ein richtig guter Assassin's Creed Teil gewesen Ich spiele es einfach nochmal, weil ich das kostenlos runterladen konnte Für den Season Pass von Odyssey So, also ich muss jetzt einmal eine Falle bauen Und da auch noch Futter ausstreuen Und das kombinieren und dann zwei Tiere von Baum austöten Ich suche gerade noch so eine Pflanzenstelle Wo ich so eine Kaninchenfalle aufstellen kann Hier haben wir was Das ist für Kaninchen da So Also wählen wir mal die Ups, die Schlinge Ja, aber ist Ich weiß nicht Ist doch eigentlich immer völlig egal, was andere Leute sagen, oder? Es muss einem ja selbst immer gefallen Moin Marc, willkommen So, ich hau hier nochmal bei Der Schlinge die Köder hin Als Kombination Hoffentlich hat er das Erzählt das mit Köder und Fallen kombinieren Hab ich So Und Luftattentate auf Tiere Was haben wir denn hier noch? Mystery Gamer Ich hab immer alle gemacht Für die 100% Synchro Danny, guten Abend Ist die Erinnerung schon wieder vorbei hier? Wie viel da angelaufen, komm Alter Weil ich die Köder da hingeschmissen hab, ey Ey Buschkamera, oder was? Streamers, hallo, moin moin So So Ein Herrsprach Hab ich aber schon Ich brauch jetzt noch Wenigstens noch mal ein Kaninchen zum Jagen Ja, zum Töten Was ist das da für ein Viech? Der geht auch Das ist ein Fuchs Ich schmeiß die ganze Zeit Köder Jawoll Den hab ich zerlegt Fuchs ist down So Zwei von drei Also Köder und Falle kombinieren Um ein Tier zu fangen Hab ich ja gemacht Aber es ist halt noch kein Kaninchen da reingelaufen Ein Luftattentat brauche ich noch Aber ich kann einfach hier unter mir Noch ein bisschen Köder ausstreuen So Kommt bestimmt gleich ein Herrsch angelaufen Außer ich bin außerhalb des Jagdgebiets Kommt keiner mehr? Doch, da, da ist was Das ist ein Fuchs Jetzt brauch ich unbedingt noch ein Kaninchen Das ist ein Kaninchen Busch hier Da klappt das vielleicht Tierisches Fleisch sammeln Drei von fünf Da brauch ich noch eh ein paar mehr Ihhihi So, jetzt schnell abhauen Blöd ist wenn ich Wenn ich die Die Köder da hin laufe Dann sind die Hirsche da Und die fressen das die ganze Zeit weg Und zerstören so meine Falle Haben sie, es ist doch hier auch weg Jetzt die Falle, oder? Ja Also die sollte ich nicht Vielleicht nicht unbedingt kombinieren Die Sachen Gucken, hier ist noch ein Busch Das war auch nur für Herrscher, ne? Für Kaninchen brauchte ich die Die anderen Sachen Ach nee, jetzt habe ich die Spur von dem Viech Was da hinten ist, ja Was ist das denn hier für ein Für ein Haufen Ein Herrscher hat hier den Boden markiert Okay, auch nur für Herrscher Aber Herrscher brauche ich nicht mehr Ich brauche ein Kaninchen Brauche nochmal ein Kaninchenbusch Und dann Das Hat der da gerade Jetzt töten die Füchse hier die Kaninchen? Seid ihr bekloppt? Das sind meine Ich teile nicht gern Schon gleich mit euch Blöden Füchse, ey Keine gelben Blumen mehr Komm schon Jetzt finde ich hier keine Kaninchenstellen mehr Mann Ich habe nur noch zwei Köder Das ist zu wenig Jetzt laufen sie mir aber in die Arme So ist So ist Jagen ja einfach Das ist ein Kaninchen Mano Ist der Hase weggelaufen, ne? Weil ich ihm gerade den Bogen nicht in der Hand hatte Das ist ja auch wieder nur eine Hirschspur Wo ist er denn? Zeig dich Hase Das ist doch Was soll ich denn? Das ist echt Ja, ich bin immer gut Entfüchst Ich bin immer so Ich bin immer so Ich bin immer so Ich bin immer so Hat er schon wieder den Hasen grad getötet, der Fuchs? Alter, diese Füchse, ey. Die sind schon ausgefuchst. Naja, nicht geschafft. Egal. Füchse haben mir meine Jagd versaut. Die haben alle Kaninchen getötet. Hier ging nochmal das Lied. Fuchs, wer hat das Kaninchen geklaut? Oder gestohlen, ne? Aber war es nicht eine Gans? Ist fast nah dran. Wo ist der Dicke? Ich glaube, der wurde angegriffen. Oh. Ein Bär. Alter. Dem Bär entkommen. Ja, ja. Ich laufe mal wieder weg. Ich hätte ihn auch töten können. Huuu. Vorsicht, Bär. Jetzt. Jetzt läuft der in die Richtung, wo ich langen wollte. Huuu. Au. Kennt ihr die krasse Bär-Szene aus dem Film Revenant? Mit Leonardo DiCaprio, als er von Bär angefallen wurde. Das war auch hart. Ich flieh zusammen mit dem Fuchs. Und er hat mich nicht gewarnt, weißt du? Der rennt einfach an mir vorbei, der Kollege. Aber warnt mich nicht, dass da hinter ihm ein Bär kommt. Hätte auch schief gehen können. Er war fleißig. Okay, lag jetzt Jagdsektion abgeschlossen, ja. Zurück. Zurück zum Dorf. Moment, ich muss da rein. Haben sie nach dem Brand vor neun Jahren hier aber ganz gut wieder aufgebaut alles. Haben sie ja Mais aufgehoben? Was sind das für Riesendinger, ey? Oder ist das was anderes? Ist doch kein Mais. Irgendwas. Irgendwas zum Abhängen. Sind hier alle in Aufbruchstimmung? Was passiert? Ein denkwürdiges Erlebnis. Ach, wird denn jemand zum Mann? Das ist eine Musik. Das ist eine Musik. Wenn man mit einem Jetzt dürfen wir in die Räucherkammer. Vielleicht sind das auch Tabakblätter. Hatten die damit auch so viel? Ich bin der Räucherkammer, dass ich das nicht ohne Jerusalem und nicht so viel. Ich bin der Räucherkammer, dass ich das nicht mehr so viel, sondern auf der Erde bin ich. Ich bin der Räucherkammer, wo ich mich nicht mehr an den Räucherkammer aber ich bin der Räucherkammer. Ich bin der Räucherkammer, Geheimnisse des Landes schützen. Heiliger Boden. Eine wichtige Aufgabe auch. Oh, guck mal an. Ein Vorläuferrelikt einfach mal. Aber diesmal komplett durchsichtig. Und da ist noch Saft drauf. Juno schon wieder. Der Pfad des Wächters. Kollisionen in der Luft vermeiden. Das krieg ich hin. So. Wie sie dann Vogel. Ja. Erleichtert uns die Navigation. Ja. Wir haben Jahrtausende auf deine Ankunft gewartet. Du. Wer du ihm das letzte Stück bringst. Auf dass er die Tür öffne. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Meine Worte verursachen Schmerz. Doch das war nicht meine Absicht. Du bist wichtig, Kind. Viel wichtiger, als du je wissen wirst. Im Geheim bereiten sich Mächte darauf vor, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Muss ich ba... Ich kann jetzt einfach den Bäumen hier auszuweichen. Die Synchronstimme von Connor ist ja sogar auch eine bekannte. Von Ryan Reynolds. Früher, heute, in Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die die Welt verändern. Die sie verändern werden. Und das sollst auch du. Ich rief dich, damit du von deiner Pflicht erfährst. Du musst das Heiligtum vor denen schützen, die unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Bleibst du auf deinem Weg, kommt es zu einem schlechten Ausgang. Vorzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. Voll der Riesenbaum hier. Fast so wie der Baum des Lebens. Was soll ich also tun? Das erklärst du von einem Mann, der dich weiter ausbilden wird. Suche dieses Symbol. Zweifellos hast du viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Zunächst musst du folgen. Führend ist so schwer. Au. Da bin ich gerade abgestürzt. Zu viele Kollisionen. Arknall, hallo? Doch nicht. Aber ich bin zweimal gegen den Baum geflogen. So, wir müssen nach den Assassinen Zeichen Ausschau halten. Somit werden wir eine Person finden, die uns weiterleitet. Das war ein Trip. Jetzt fragt er sich wahrscheinlich, was habe ich da in dem Zelt mit der alten Dame zu rauchen bekommen. Ich bin zweimal. Das war ein Trip. Was ist da, was ich als Kinder? Das war ein Trip. Dass du siehst. Oh Gott. Wir müssen nachdenken. Das war ein Trip. Das war's für heute. Das ist aber großzügig von ihr, wir dürfen gehen. Hallo Tim. Ich bin der Mann, der sich in die Hand zu vermitteln. Ich bin der Mann, der sich in die Hand zu vermitteln. Ich bin der Mann, der sich in die Hand zu vermitteln. Ja, aber. Ja, half auch eins deiner Mutter. Das ist aber... Das ist aber jetzt schon weit über zehn Jahre her, dass er seiner Mutter geholfen hat. Neun Jahre, als sie gestorben ist und da war er auch schon irgendwie sieben oder so. Also, wenn er nicht mal fast schon 15 Jahre oder noch her ist. So verlässt er jetzt also sein Stamm und bricht auf. Auf der Suche nach dem Symbol. Um seiner Bestimmung zu folgen. Ich dachte, die Reise würde mich irgendwie mit Stolz erfüllen, weil ich etwas erreicht hatte. Doch was immer ich von zu Hause fortgetrieben hatte, verblasste. machte Platz für Fragen und eine Menge Zweifel. War ich zu voreilig? War das alles ein Fehler? Die anderen Dorfbewohner, sie dachten, ich wollte das alles. Ich hätte es selbst gewählt. Doch ich selbst hatte nie so gedacht. Nein, es war nicht mein Wunsch. Es war vielmehr meine Pflicht. Denn wenn nicht ich, wer dann? Tja, niemand, wenn nicht du. 1769. Ich weiß nicht, wie viele Jahre schon vergangen sind. Oh, da ist eine Katze. Sauber. Vielleicht ein bisschen Proviant für zwischendurch. Ein bisschen Puma. Puma-Proviant. Oh, da haben wir auch so ein Cake. Ich. Ups. Karte, war das der Knopf? Ich muss aber hier noch recht weit durchs Grenzland laufen bis da. Was haben wir denn da? Ein Abenteurer. Abenteurer sind auch so Händler und so. Oder geben auch vielleicht so Jagdaufgaben. Hier ist eine Stadt. eine Kurier-Mission. Was ist das für ein Ding? Lieferauftrag. Ist das unten? Okay. Wow. Da geht es aber weit runter. Kann ich mich hier nicht fallen lassen? Doch. Ich kann nur nicht unterklettern. Ah, da rutscht er weg. Und jetzt bin ich tot. Au. Ich hatte gehofft, dass der an diesem Vorsprung da unten stehen bleibt. Wollte er nicht. Jetzt bin ich auf der anderen Seite ja toll. Oh, da ist da auch eine Siedlung da vorne. What? Nur für Mitglieder. Es wurde aber hier ganz schön, ganz schön viel angezeigt, ey. Wollte mich veräppeln. Nö. Jetzt sind sie wieder weg. Egal. Da. Zehn Tiere heute. Zehn von zehn. Das habe ich schon fertig. Also das ist eine Jagdgesellschaft. Ja, die kann man über das ganze Spiel verhäuft nachgehen, die Aufgaben. Muss man nicht alles jetzt machen. Schöner Wasserfall davon. Ist aber auch für ihn jetzt eine gefährliche Reise, hier jetzt durch die ganze Gegend zu laufen, weil die Ureinwohner damals ja nicht so gern gesehen wurden hier auf dem Land. Weil die bösen Kolonisten sich das alles unter den Nagel gerissen haben. Au. Meine Fresse sind alles so Riesenschluchten noch. Das ist eine Feder. Da sehe ich sie auch. Nur nicht ganz so einfach da runter zu kommen. Eher von da drüben so. Huch, da ist ja jemand. Sogar ein Feind. Der ist rot. Okay. Plündern kann ich ihn nicht mehr. So. Wie hieß die Siedlung noch, wo man hin musste? Devonport war es glaube ich, ne? Die Devonport-Siedlung. Schaut mal das von hier ins Wasser. Ist doch Wasser, oder? Von hier aus sieht das einfach nur aus wie so eine Oberfläche. Oh, sieht nicht gut aus. Man schafft es von da aus nicht ins Wasser. Man kann es immer versuchen. Deswegen sollte man nicht von Klippen springen, die man nicht kennt. Wo bin ich denn jetzt? Der stellt mich immer an. Ach guck mal, jetzt bin ich hier unten im Wasser. Da oben war ich, ne? Ja, da ist der Wasserfall. Hat ja fast geklappt. Hier ist jetzt aber die Weitsicht ein bisschen besser als am Anfang des Spiels, als wir noch in Boston unterwegs waren. Boston ja sehr neblig gewesen, wo wir gar nicht so weit schauen konnten. Auf jeden Fall, wie ich das beim letzten Mal auch schon gesagt habe, ein schöneres Remastered als der Assassin's Creed Rogue-Teil. Da haben sie nicht so viel gemacht an der Optik. So, hab den Ausgang gefunden. Zum nächsten, zum nächsten, zur Siedlung. Oder gehen wir schon in die Stadt? Gehen wir aus dem Weg! Meinst du nicht? Gehen nach! Das war doch schon auf dem Pferd da. Hinterher. So, wirklich nach Devonport reisen? Ja. Sogar Devonport zählt als Jagdgebiet. Interessant. So, angekommen. Hier das ganze Gebiet, wo man sich später noch die komplette große Siedlung aufbauen konnte. Hinkebeins Klunker. So, dann zwei Ausgänge hier ins Grenzland, aber der ist auch das gleiche. und da haben wir das Anwesen. So. 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 lien 96. Dann, ja ich informierte Polen, das war dann. Justine. So. OK. Enrico Rix, hallo, willkommen. Guten Abend und danke schön. Hallo? 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 Nein, das ist kein Irokesen, Mensch. Eine Konföderation? Konföderation, du Esel. Ein Verbund, eine Allianz, ein Zusammenschluss vieler verschiedener Völker. Ja, sag ich doch, ein Stamm. Hör zu, du ungebildeter Bauerntrampel, ein Stamm ist nicht dasselbe wie eine Konföderation und es ist nicht meine Schuld, dass du zu blöd bist, um das zu kapieren. Wen nennst du einen Bauerntrampel, du kratzbuckliger Strollch? Moment, das geht nur ihm und mich was an. Okay, die treffen nicht sehr häufig, äh, amerikanische Ureinwohner. Und streiten sich noch über die Irokesen, da weiß ich aber die richtige Antwort eigentlich auch nicht. Ob die Irokesen wirklich nur ein Stamm für sich waren oder ein Zusammenschluss aus verschiedenen. Ich glaube, haben die sich nicht gegründet, äh, zu Kriegszeiten, um ihr Land zu beschützen. Und dann haben sie sich doch die Frisuren extra, ähm, extra so, so kurz geschnitten. Die Irokesen-Frisuren, weil sie in, 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 in den Krieg geritten sind. Vielleicht aber auch nur gefährliches Halbwissen. Ich glaube, die Irokesen, da waren auch auch Mohawks mit drin. In der Gegend hier waren auch Mohawks an, anwesend, das ist ja eher so eine Ostküste. So, und hier haben wir das Haus. Da, wo die alte Dame auch das Zeichen gesehen hat, was hier der gute Erano sucht. Ein rüpelhafter Mann. Siehst du, Danny kennt sich aus. Irokesen waren ein Stammesverbund. Aber auch zu Kriegszeiten deswegen, oder? Als Verteidigung für ihr Land. Höflich. Höflich. Ich werde nicht gehen. Geronimo war aber dann eher an der Westküste, ne? Da in den Wüstengegenden dann Apachen und sowas da in der Gegend. So, da haben wir den Achilles gesehen. Also nicht den alten Griechen, sondern den garstigen alten. Die waren ständig in Konflikte, ja, leider, ja. Denen wurde ja alles weggenommen. Die hatten ja eigentlich nichts anderes, nichts anderes, äh... Also die hatten ja auch nichts anderes machen können, als da versuchen, ihr Land zu verteidigen. Die wurden ja quasi in die Konflikte auch gezwungen. Ein Lager in seiner, äh, Scheune hier einfach mal. Vielleicht ändert er sich ja, ändert er noch seine Meinung und möchte den Kleinen hier doch ausbilden. So, bei Gewitter in der Scheune gepennt. Der Tag danach. So, den Mann zu einem Gespräch überreden. War das, was war? Das war ein Pferd, ne? Ja, das Pferd. Ein schöner Tag hier. Noch haben wir Sommerzeit. Ja, nochmal klopfen. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. So. Eigentlich auch sehr gefährlich für ihn hier, ne? Wenn wir auf sein Grundstück hier rumlaufen wollten und so. Die hatten damals ja schon das Recht, Eindringlinge auf ihren Grundstück, äh, einfach wegzuknallen. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war. Oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land. Nördlich, ja? Richtung Kanada schon, ne? Ich komme hoch! Ich komme hoch. Na dann. Der wird sich sicherlich freuen, dass wir an seiner... ...Fassade herumklettern. Huch! Und gleich wieder runter. So. So, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oi! Oh, du träumst vielleicht ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter. Und du wirst nur eine Sache finden. Den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch. Ich werde nicht gehen. Hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Warte nur, alter Mann. So, Schutz. Wieder mal im Stall suchen. Schon haben wir den Tag hinter uns gebracht. Einmal klopfen an der Tür. Ach, wirst du mich nicht loswerden. Dann hier rumklettern. Und schon gehen wir wieder pennen in der Schorne. Ja, der gute Connor hier. Mit der Stimme von Ryan Reynolds. Du wirst mein Lehrer. Du musst einfach... Da haben wir gleich Deadpool vor Augen, ne? Ja. Delaware gibt es heute noch mehr. Der ist ein Tatter-Greis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Körner ist geburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Die wollen... Die wollen Stress. Au. Ui, Männer. Boah, das war gleichzeitig angegriffen. Das war fies. Du bist besser verschwunden, als du konntest. Zieh mal wieder. Nein, nein. Okay, möchte ich noch jemand was? Mit dem Stein, Tomahawk. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Au. Mit der Keule. Es gibt ja nicht nur... Na, vielleicht nach dem Gespräch. Vielleicht bringt dich das zum Reden. Der redet gar nicht mehr. Vielen Dank. Räum hier auf. Räum hier auf. Und dann sollten wir wohl reden. Ach, jetzt auf einmal, ne? Weil er die Skills gesehen hat. Also Delaware und so. Es gibt ja... Es gibt ja noch verschiedene US-Bundesstaaten und Städte, die noch alte... Alte Namen haben von den Ureinwohnern. Delaware wäre eins. Es gibt aber auch noch Milwaukee. Und Milwaukee ist ja auch noch ein Name von da. Wurde damals aber ausgesprochen irgendwie... Milwaukee oder so. Und da haben sie ja dann einfach Milwaukee draus gemacht. Jetzt hat er auch noch den Stuhl kaputt gemacht, ey. Was für ein Benehmen. Aber jetzt haben wir Brennholz. Verzeih. Nicht deine Schuld. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Hagedon. Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Genau. Und jetzt, warum bist du hier? Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder warum du mich bittest? Nein. Und doch, bist du hier? Der Geist sagte, dass... Dass ich... Diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkorkte. Du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Ja. Bisschen gibt's nachzuholen. Deshalb verschrieben sich die Assassinen dem ewig wehrenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Ja, komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Vorsicht. Das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt. Das Haus steht ja auch schon lange und wurde schon lange nicht mehr gewartet. Wozu denn? Außerdem mangelt es mir an Material. Ja. So. In Assassin's Creed Rogue hat man gesehen, das spielte noch ein Tickchen, ein paar Jährchen früher, vor dem hier. Und da war man hier auch in dieser Davenport-Siedlung. Und da wurden hier aber noch richtig viele Assassinen ausgebildet. Aber Achilles hat ja dann aufgehört, nachdem er dann auch hier die Verletzung erlitten hat und so. Und seitdem bildet dann keine mehr aus hier. Dann kauf es. Hier sehen wir das Wappentier der Vereinigten Staaten. Prächtig. Er hat dann schon die Spannweite von seinen Flügeln, ey. Oh, eine Geheimtür. An dem Kronleuchter hier, an der Kerzenständer ziehen. Assassinen müssen immer so ein Kellergewölbe haben, ne? Immer. Da ist eine alte Kluft. Glaub nicht, du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wirst du ein Assassine. Habe nicht. Ich würde mir niemals anmaßen... Ist schon gut. Ich weiß, wie verlockend das ist. Nun gut, mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab danke. Ich bin Achilles. Komm mit, Junge. Wir haben zu tun. Da ist er. Was wollen die Templer denn? Was sie immer schon wollten? Kontrolle. In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang. Unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Er ist, dass dir alle Fäden in der Hand hält. Tja, er weiß, wer sein Vater ist. Aber Hafen weiß noch nicht, dass er einen Sohn hat. Weil er hat ja Theo lange nicht gesehen gehabt. Hat, glaube ich, auch von ihrem Tod kaum was mitbekommen. Weil er sich um seine Templer-Angelegenheiten kümmert. Ich rannte. Ich kletterte. Ich kämpfte. Ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es zwei Lektionen für den Geist. Sprachen, Philosophie, Logik, die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer. Ihre Strukturen, Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer. Und dass kein Geringerer sie anführte als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich harter. Lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste. Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen. Tja, und man lernt nie aus, ne? Tja, Vater gegen Sohn. Eine der bekanntesten Geschichten überhaupt immer. Hä? Ich hab Untersuchen geklickt, gar nichts passiert. So, hier kommen später verschiedene Monturen hin, die man dann mal wechseln kann. Alle Monturen ansehen. Ich hab ja noch gar keine. Außer jetzt vielleicht die ganzen Special-Dinger, oder? Ne. Hey, Raffnen, willkommen. Moin, moin. So. Uh. Diese war nice. In schwarz. New York-Montur. Kann man nicht kaufen. Die gefällt mir. Schwarz und rot. Perfekt. Hier haben wir Baltimore. Baltimore geht aber auch ein bisschen weniger rot. Wobei ein New Yorker eigentlich noch ein bisschen schicker aussieht mit dem roten Rand. Geiles Ding. Dunkelbraun soll das sein? Baltimore? Prima. Die Boston-Montur. Finde ich nicht so geil. Jamestown. Philadelphia. Oh, die ist aber auch richtig dunkel. Hellblau. Habt ihr was an den Augen? Charleston. Assassinen-Montur. Das ist die standardmäßige Assassinen-Montur von Achilles. Beenden Sie Sequenz 5, um diese Montur zu erhalten. Dann haben wir hier die Ezio. Ezio, die Tore da Firenze. Andrew, hallo. Willkommen. Alta Ios-Montur haben wir auch. Aus Assassin's Creed 1. Gefangenen-Montur. Bäh. Achilles-Original-Montur. Die er dann damals gespielt hat. Schließen Sie alle Siedlungs-Missionen ab, um diese Montur zu erhalten. Captain Kidd. Das ist die Klamotte, die Connor trägt, wenn er auf seinem Schiff unterwegs ist. Alle Hinkebein-Missionen abschließen. Was haben wir noch? Kapitän der Aquila. Da, das habe ich jetzt an. Sammeln Sie alle Federn. Toll. Was ist das denn für ein hässliches Ding? Montur der kolonialen Assassinen. Wie viel es hier gibt, ne? Tigergeist für Jagd und sowas. Huma-Bajeks-Montur. Die gab es natürlich damals nicht. Die ist natürlich jetzt neu. Kane, moin. Willkommen. Hallo. Bajeks-Montur haben sie jetzt hier reingebaut. Erhältlich im Ubisoft-Club für 20 Units. Naja, aber sowas passt hier nicht in den Teil rein. Shea Cormick. Das ist der Templer, den man spielt in Rogue. Ein Charakter, den ich noch nie mochte. Der ist furchtbar. Oh, guck mal hier. Auch von Jacob. Jacob Frey aus Syndicate. Assassin's Creed Syndicate aus London. Edward Kenrace, der Großvater von Connor. Der Pirat. Und Assassin's Creed Unity. Arno Dorian. Das sieht aber auch cool aus. Es war so dunkel, ne? Arno. Arno fand ich ja auch so von der Optik her und so, von der Montur, in Unity gar nicht so schlecht. Das war schon cool aus. Und Alexios. Der alte Grieche. Das sieht aber cool aus hier. Alexios-Montur aus Odyssey hier in dem Spiel. Mit der Armschiene da. Passt gar nicht in die Zeitepoche, aber sieht cool aus. Alexios. Oh, guck mal hier, so Aguilars-Montur aus dem Kinofilm von Michael Fassbender. Okay, haben sie ja einige, einige hier in der Remastered-Vision reingehauen von den Monturen her. Buch. Ist der noch hier im Haus, oder muss ich raus? Ich muss, glaube ich, unten schon... Na, ist vor dem Haus. Es ist schon wieder Winter. Es ist ja viel Zeit wieder vergangen hier im Training. Halt dich ran für die passende Montur. Na, ich bin ja immer jemand, ich trage dann immer nur die Monturen, die dann auch mit zu dem jeweiligen Teil passen. Damit das auch zeitlich passt. Also ich werde hier in dem Spiel in Amerika nicht unbedingt mit Alexios-Montur rumlaufen oder Ezios, weil die es einfach zeitlich dann optisch nicht so gut reinpasst. Ich mag dann eher so, was man da gesehen hat, die schwarze New Yorker-Montur zum Beispiel. Schwarz-Rot oder sowas. Das finde ich dann passender auch für den Teil. So, Achilles wartet schon. Ich bin da. Mission starten. Guten Morgen. Moin. Wünsche ich dir auch. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Im Winter in so einer Kutsche zu fahren. Weißt du, das Ding hat nicht mal Sitzheizung. Ich brauche unbedingt mal neue Waffen, ey. Diese Steinachse, die ich da habe, macht doch nicht so viel Schaden. So. Wo geht es hin? Nach Boston? Ja, Boston. Oh, es ist 1770. Kann man wissen, wie viel Zeit vergangen ist. Glotz nicht. Verzeih. Komm weiter. Aber jetzt ist die Stadt komplett in Templerhand. Nicht mehr wie damals. Achilles folgen. Ohne einen Kampf auszulösen. Die Leute. Die Salam. Die Gerüche. Ich könnte Tage hier verbringen. Und hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Wunder. Früher habe ich einmal dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe des Landlebens. Es gibt so viel Leben hier. So viele Möglichkeiten. Für wenige, mein Junge. Für wenige. Manni, hey. Willkommen. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingebogenen. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Connor. Ja. Das ist jetzt dein Name. Also gut. Fort mit dir. Ja, ja. Als Eingeborener hier in der Stadt, da fällt er auf wie ein bunter Hund. Wobei Achilles das auch nicht unbedingt leichter hat. Waren schwere Zeiten damals. Wenn man, wenn man kein Engländer war. So, also Sitzheizung in der Kutsche, ne? Anzünden? Ne, pass auf. Das macht man, macht man besser. Du hast da ja, du hast da ja Bänke, ne? Und du, du, du hüllst die Bänke aus, sodass die, dass die innen hohl sind. Dann kannst du die Sitzfläche so hochklappen. Und kannst du drinnen Kerzen hinstellen. Und dann klappst du es wieder zu. Und wenn du dann draufsitzt, hast du halt von unten da noch die Kerze. Die dann so ein bisschen Wärme bringt. Ganz einfach. Ne? So, ne? Hätte man mich damals gefragt, hätte man die erste Sitzheizung schon damals gehabt. Aber ne. Wollt ja keiner hören. Meine Ideen. So, äh, den Gemischwarenladen für Achilles besuchen. Oh, da oben ist ne Dings. Und Hühnchen. Killer Hühne. In Odyssey wurde ich immer von Hühnchen angegriffen, wenn ich da irgendwie zu dicht war. Der hier ist aber ganz sanft. Oh, guck mal, die kann man füttern. Damit sie fett werden für das Abendessen. Kein Dankeschön. So. Hier ist ne Alma nach Seite. Für Benjamin Franklin. Äh? Da drüben. Oh, auf den Vorsprung. Muss ich von da kommen. Pass auf. Oh, ich glaube, ich bin auf der Katze gelandet. Hab sie. Äh, man ja genau. Guck mal, die Römer, die waren halt, äh, einfallsreich. Man hat da schon eine gute Idee. Und das Gute ist ja, dass, ähm, unter dem Steinboden, der Stein ganz sehr, sehr gut die Wärme speichert. Also Stein ist ja sehr gut, was Wärme, Wärme, Speichern angeht. Besser, besser auf jeden Fall als Holz. Das fängt natürlich dann an zu, zu brennen. Aber mit Stein, ja. Ich bin es leid. Jeden Tag werden neue Steuern erhoben. Neue Gesetze erlassen, ohne unsere Zustimmung. Der Revenue Act. Der Indemnity Act. Der Commissioners of Customs Act. Schatzkanzler Townsend muss sich für sehr gut gehalten haben, als er diese Raubzüge erdachte. Das finde ich auch gut, wenn man sich so ein bisschen die Gespräche der Bevölkerung anhört, dann hört man schon langsam, dass die, äh, ja, die Kolonisten die Schnauze voll hatten, dass immer mehr Gesetze von England hier rüberschwappen, obwohl die Engländer hier gar nicht sind, die Krone. Aber wollen hier immer mehr Steuern haben von den ganzen, von den ganzen Kolonisten. Wie das dann alles dann, äh, bis zum Aufstand geführt hat. Aber bis dahin ist noch ein längerer Weg hier im Spiel, der ganze Aufstand. Auch noch bis, bis zur, äh, bis zur Tee, äh, Bostoner Tea Party. Die kommt ja auch noch. Verlaufen? Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am Statehouse. Da hatte man zuerst den ganz anderen Eindruck vom Händler hier, als er, als er den vollen Beutel gesehen hat mit dem Geld, dass er sich gedacht hat, ey, den Eingeborenen kann ich jetzt voll über den Tisch ziehen. Aber dann nimmt er sich doch nur das Geld raus, was er braucht, von den Sachen, die er hat, und überlässt ihn doch den Rest. Da weiß man ja nie, wie die Leute hier so reagieren, auf so einen, ähm, Fremdling, der hier in den Laden reinkommt. Wer sitzt im Parlament für Boston? Für New York? Für Virginia? Niemals. Aber Old Sarum wird repräsentiert. Und Newport und Newtown. Seaford und Salt Lake. Ich könnte fortfahren. Verschlafene Nester allesamt und doch im Parlament vertreten. Diesen bedeutungslosen Ort. Was wurde aus den Rechten der Engländer? Sind wir nicht würdig, in unserer Regierung mitzureden? Naja, die Zeiten sehen schon schlimm aus hier in der Stadt. Auch hier, wie die Rotröcke durchgreifen. Was geht denn jetzt hier ab? Wir sollten uns hier auf jeden Fall aus den Ärgern raushalten. Überall Aufstände an jeder Ecke und Demonstrationen. Na, da ist Achilles. Oh, Liam Neeson ist wieder dabei. Am Zollhaus. Die Leute haben keine Lust mehr, Steuern zu zahlen. Da ist das Zollhaus, da ist hier vorne. Mit den prächtigen Statuen da oben drauf. Ein letztes Mal auseinander. Versammlungen dieser Natur sind verboten. Wir gehen nirgendwo hin, Bastard. Ei! Geht doch zurück nach England! Nichts Gutes entsteht aus solchem Chaos. Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen. Niemals. Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen. Ihr Feiglinge! Sieht mit Gewehren auf Unbewaffnete! Wir haben keine Angst! Was ist das? Haythn. Mein Vater? Ja. Das heißt, es wird sicher Ärger geben. Du musst jetzt seinen Komplizen verfolgen. Ganz schön alt geworden. Deine ist ein Pulverfass. Er darf die Lunte nicht zünden. Aber nichts ab. Tu, was ich sage und los! Schon graue Haare bekommen, der gute Kenway. Ey, Rotrock! Na komm, benutzt das kleine Gewehr! Ein rumgedrängter Vätergrübel in deinem Rotenbruch! Das kleine Gewehr! Ja. Das kleine Gewehr! Aber noch weiß der Kenway nichts von der Existenz von Connor. Huch, er geht ja plötzlich schneller. Ja. Der Typ, der hier die Frau belästigt. Auch voll der Starke, ey. Und die beiden gucken nur zu, ne? Helf doch mal der Dame da vorne, Mensch. Ist der aufs Dach gegangen? Nee, der geht aufs Dach. Er will von hier oben schießen und dann, äh, den, den, den Aufstand auslösen. Die Wachen denken dann nämlich, einer von der, von der Menge hat geschossen. Dein Plan ist gescheitert. Nicht ganz. Oh nein. Charles, Charles Lee. Der Elende. Ihr Hunde! Feuer! Und jetzt schießen sie einfach auf unbewaffnete Zivilisten, ey. Ja genau, jetzt wieder mir die Schuld in die Schuhe schieben. Guck mal, das war die Nummer 42. Die Antwort auf alles. Okay, ich laufe da mal weg. Erfolgreiche Flucht. Äh, hält noch. Au. Na, komm, schaffe ich noch in der Zeit. Ich muss sofort zu Achilles. Ja, er wird aber nicht gesehen werden. Bekanntheitsgrad Stufe 3. Gegner greifen bei sich Kontakt sofort an. Okay, da war vorne wieder lang. Das ist ja in jedem Teil immer so gut gemacht, dass, dass sie die Assassinen-Geschichte, die sie erzählen wollen, so in die richtige Geschichte einfließen lassen, wie es damals war. Und hier mit der, mit der amerikanischen Revolution haben sie ja auch echt sehr gute Arbeit geleistet. Vor allen Dingen kann man so viel, so viel lernen, wenn man, wenn man das Thema mal in der, in der Schule hat oder sowas, spielt man einfach nochmal das Spiel, liest sich die ganzen Texte durch. Und schon, äh, ja, erfährt man alles über die wichtigsten Ereignisse, die damals das Ganze ausgelöst haben. Wie zum Beispiel auch mit der Boston Tea Party. Aber es war in den ersten Assassinen-Teilen ja auch schon so mit, mit Florenz und die ganzen Sachen da. Oder die Kreuzzüge. Das ist aber nicht Achilles. Du bist Achilles' Bursche. Connor, oder? Samuel. Ich sah, was am Bürgerhaus geschah. Schöne Beschehung. Wer bist du? Samuel Adams. Stets zu Diensten. Achilles bat mich, dich aus Boston herauszubringen. Erkläre. Die ganze Stadt sucht nach dir. Hört her, hört her! Ein Krimineller treibt sich um. Man gibt ihm die Schuld am Massaker am Townhouse. Die Bevölkerung soll die Wache rufen, wenn er gesehen wird. Zehn Pfund für alle Hinweise, die zur Ergreifung des Ereignisses führen. Was kann ich denn jetzt tun? Marsch, gute Nacht wünsche ich dir. Und danke, dass du da warst. Fang damit an, diese Steckbriefe abzureißen. Komm zurück zu mir, wenn du sie abgerissen hast. Wie schnell sie so einen Steckbrief einfach mal fertig gemacht haben. Ich kann nur sehen, solange die Steckbriefe hängen. Jaja. Ich komme ja schon. Da waren die Zeichner, die Zeichner vom Steckbrief echt flott, ne? Dass sie das schnell, schnell mal so ein Bild rausgehauen haben, ne? Hand gezeichnet. Das sind aber viele, Mann. Oh. Ah, die Schützen da oben. Ich bin doch echt aus der Sichtlinie gegangen. Ah, der greift mich von hinten. Ist ja fies. Au. Ah, wieder von hinten. Now, der wurde weg. Aber, also sind die Schützen. Aber, alle sind eigentlich nur für kleine Schützen, die vier Jahre sind. Und dann kamst du euch zum Teil. So, wann du dich aufhören, dann sind die Schützen. Und dann kamst du euch auch dran. Und dann kamst du jetzt dabei. Dann kamst du mir이나 in den Schützen. Und dann kamst du dich? Dann kamst du dichięcy. Ich bin dann hier. Dann kamst du dich. Dann kamst du dir. und kommst du dich. ich wollte nur den zettel ja abreißen erst mal fährt am kämpfen hier also der ist aber stark jeder typ die treffen mir immer so ein zettel ist weg verfluchte gutenberg und sein buch druck so mit samuels treffen bekanntheitsgrad ist jetzt wieder mal gesunken da unten steht er ja warum stehst du in der in der menge hier drin gelandet da bist du ja ich möchte das haus vorstellen ist das ist das der mörder mörder gibt ja gleich ruhig mein junger saris ist auf unserer seite oder wenn der preis stimmt wird er es sein wenn der preis stimmt bestechung hört hört wir erfuhren dass der verantwortliche für die heutige schießerei womöglich verkleidet war eine perücke und schminke wurden in der nähe des tatorts gefunden zeugen sprechen von einem mann mittleren alters und blassem ton der zu den landungsbrücken floh ein gewehr im arm so schnell lassen sich leute die leute manipulieren zum drucker was glaubst du wo all die steckbriefe herkamen sie stammen aus einer maschine wir müssen sie abschalten die druckmaschine die brauchen wir die gute druckmaschine von gutenberg der bewegt sich gar nicht sollen eskortieren ja aber geh da geht ja eben alleine kommst du na jetzt kommt damit ich dachte der geht vor ne ich laufe vor wir müssen sogar zum green dragon gehen der was vorher der hauptsitz war für die templar gruppe ich kann über die dächer gehen und dich dort treffen nein besser du lernst erstmal die tunnel kennen die freien maurer haben ein ganzes netz davon unter der stadt sie sind recht nützlich wenn eile und geheimhaltung nötig sind die geheimen freien maurer die damals auch amerika mit aufgebaut haben was alle abstreiten natürlich so hier ist der green dragon komm schon wir sind da wollen wir rein nein warnung interaktion bei aktiver mission nicht möglich ich dachte wir sollten da rein oder vielleicht hier hinten lang hinterhof da steht noch jemand ich darf ihn nicht stehen bleiben ich gehe lang ok ich habe noch keinen keine gute meucheln möglichkeit über mir ist wieder eine alma nachseite ich höre sie auch da ist sie und ich habe sie sogar band 1 2 von 4 nice so jetzt gehen wir in den innenhof samuel ist noch hinter mir und hier haben wir einen eingang für einen freien maurer tunnel wir werden wir also ich sehe dich drin den bekannt hat gerade nicht auf stufe 3 erhöhen das schaffe ich warte 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 das sind schritte die man noch von oben hört voll laut so angekommen schnellreisestation gefunden 1 von 10 die freimaurer tunnel zünde die lampen mit einer laterne an connor sie zeigen uns den weg sollten wir umkehren müssen und weshalb bauten sie diese tunnel zur schmuggler schmugglerei da lang kann sich verlaufen hier unten lass uns weitergehen nein nicht die lampe hinstellen ich wollte die laterne an machen so die lichteffekte sind die lichteffekte sind aber wir müssen den ratten folgen sie bewegen sich oft in richtung ausgang ja ratten wissen immer den weg da lang also lichteffekte sind echt besser geworden als damals so angekommen gut gut du hattest recht ich entschuldige mich für meine zweifel kein wunder dass achilles so an dir interessiert ist teufel ich schätze schlösser knacken gehört nicht zu deinem repertoire ich glaube schon ach muss ich das wieder machen da sind wir wissen blöd gemacht du stellst einfach da also wie ich so wie ich jetzt die vibration aus von den controller und schon kriegst du das hier nicht mehr richtig hin da kann es immer nur so ein bisschen weiter drehen bis du den richtigen winkel hast und bis sich die texte verändern weil ich habe ich spiele immer ohne vibration weil ich das nicht so gerne mag der drucker ist nicht weit wir sehen uns dort abtauchen sequenz 5 mission beendet volle synchro da gab es ja auch nicht viel wir müssen die druckermaschine ausschalten die hier die ganzen flugblätter druckt mit connors gesicht drauf außer es kommt jetzt wieder ein weiterer weiterer seitsprung mit samuel evans treffen hauptziel wir sind schon wieder draußen da wahrscheinlich raus gekommen so die aussichtspunkte in der stadt habe ich alle schon aber was sie was sie halt gemacht haben jetzt in der remastered version was ich auch gut finde sie haben weniger symbole gemacht viel weniger kisten ich meine wie viele kisten es damals gab in dem spiel ja kennt man ja aus den alten assassin street teilen kisten an jeder ecke jetzt sieht sieht man das hier dass es alles überschaulicher ist das meinten sie mit spielgefühl verbessern so dass du nicht die ganze zeit in so einer stadt nur am suchen bist und nur in kisten machst geht es hier noch so ein paar alma nach seiten hier ist voll in ordnung ein paar klunker und sowas es geht und kisten nur noch ganz wenige aber das war damals auch einfach viel zu übertrieben dass man in jeder ecke der irgendwelche kisten aufmachen musste es war eine gute entscheidung das zu machen das zu reduzieren einfach so zurück im winter und hier ist der der shop für die die drucker waren die druckerei du verlangst sehr viel von mir sam ich weiß aber ich wäre nicht hier wenn es nicht wichtig wäre es ist wirklich unerlässlich gut doch nur dieses mal in zukunft haben diese dienste ihren preis die druckplatte zu ändern ist ausgesprochen schwierig ganz zu schweigen von der gefahr entdeckt zu werden ich werde deine güte nicht vergessen ich auch nicht dank ihm wird man bestimmt nicht länger nach der suchen komm ich zeige dir wie du abreisen kannst jetzt wo wieder ruhe herrscht so nun hattest du gelegenheit alles mal zu sehen tja ja doch bei schweren oder wiederholten verbrechen werden sie bei der verfolgung aggressiver vorgehen vergiss das nicht es gibt drei wege das blatt zu wenden entferne steckbriefe besteche stadtschreier oder erstelle bei einem drucker deine eigene propaganda das ist falsch warum erkläre ich nicht einfach dass ich unschuldig bin ist das dein ernst wir erwidern lügen mit lügen gedruckte worte werden für wahr gehalten und all das ohne zu hinterfragen wie ließen das biest los hast du das vergessen ich half dir nur es zu zähmen und zu nutzen es muss einen anderen weg geben ein ehrlicheren wenn du es schaffst ihn zu finden lass es mich wissen doch bis dahin kneten wir den ton den wir haben entschuldige bitte ich wollte wirklich nicht undankbar sein schon in ordnung es war genauso in deinem alter du wirst herauswachsen und wenn nicht wenn ich hier wären wir sprich mit dem hafenmeister und er bringt dich heim hab dank für alles ich verspreche den gefallen bald zu erwidern oh ich zähle darauf so richtig er hat zwar ein sehr gutes herz der connor aber ist auch ein wenig sehr naiv oder warum erkläre ich mich nicht einfach dass ich unschuldig bin ja ja wenn die gegenseite zuhören würde wäre das ja auch eine idee aber Menschen sehen immer nur das was sie sehen wollen so sie können per schnellreise zwischen den städten reisen indem sie L2 komplett herauszoomen dann kann ich dann ja das machen ok haben wir da irgendwelche nebenaufgaben vielleicht hier in der stadt was ist das da schläger von boston schlägereien kann ich machen die ganzen sachen hier kurier aufträge würde es noch geben also geschichtliche sachen gab es ja dann nicht oder was ist hier ausrufezeichen an dem laden neuer gegenstand naja ich bin da oben ist gar nicht so weit weg können 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 wir hier zur schlägerei gehen schlägereien sind immer cool wo der typ eben noch gesagt hat wir sollen hier kein aufsehen erregen gehen wir erstmal erstmal zur schlägerei da ist er hättest du dich für härter als gänse schmalz ja ich organisiere ein turnier für jungs wie dich doch es kann nicht jeder mitmachen du musst dich erst beweisen hier ist eine namensliste besiege diese raufbeulte dann bist du dabei dann sehen wir wie hart du wirklich bist dankeschön härter als gänse schmalz was ist das für ein spruch so hauen uns ein paar leute um was ist der rucksack da für ein ding achso das war auch eine kurier mission das hier ein lieferauftrag auch ein auftrag naja jetzt habe ich erstmal die schlägerei scheiß kanäle machten hier wasser hin hier reden sie wieder englisch nachdem man welche gruppe leute du triffst einige reden deutsch die anderen reden dann englisch hier aber es hat immer eigentlich ganz eine ganz nette atmosphäre wenn man so durch die stadt läuft und du die ganzen leuten lauschen kannst auch wenn boston im winter ein wenig trist aussieht wie weit ist denn das weg wo das ist draußen im grenzland wobei das ist ja die hauptquest die devinfortsiedlung hauptmission ich dachte ich habe doch dass das mit dem mit der schlägerei angenommen ich dachte dass das wird er mir angezeigt hier hat er gar nicht da muss ich erstmal die raufbeule finden dann gehe ich jetzt da hin so 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 wieso kann ich den wachhund nicht häuten aber der schläft nur hier wurden keine keine tiere verletzt nein plan erhalten für hasenpfeffer nice nur eins für die für die raufbeule so ich so mal beim grenzland rein dann da wird mir aber nichts angezeigt außer da die siedlung da will ich ja sowieso hin also soweit ich mich erinnern kann gab es glaube ich in der siedlung einige raufbeule die man dann mit der zeit sowieso dann findet wenn du dich da ein bisschen um siehst die du dann umhauen konntest und dann geht es wieder zurück in die stadt wo du dann anfangen kannst hier richtig zu kämpfen nein kann schon die seite fliegt so da bin ich sieht man auch noch die seelenlinien hier ganze ostküste so zurück zur siedlung ich glaube dann müssen wir sequenz 5 fast schon durch haben und am ende von sequenz 5 kriegen wir unsere montur damit wir auch besser in kott in kognito in der stadt rumlaufen können und nicht mit der eingeborenen klamotten so da sind wir da oben ist das anwesen und da ist die aguila das schiff muss noch einer hier aus den kanalen raus zupfen damit wir wieder ein schiff haben waschbären heiskalt gemäuchelt immerhin kann man sich aus waschbären schöne schöne warme winter mützen machen waren damals weit weit verbreitet in der gegend waschbären mützen so mal achilles fragen warum er uns so alleine zurückgelassen hat in der stadt hier hockt er schon wieder einsam und alleine oh er hat die kiste die kiste aus dem keller geholt jetzt kommt die zeremonie willkommen zurück du liest mich in boston deine übungen hier sind alle schön und gut aber erfahrung ist der viel bessere lehrmeister was ist mit vater ist uns entwischt fürchte ich wir müssen ihn finden das werden wir nachdem das haus repariert wurde aber er ist frei und plant wer weiß was und was tust du wenn du ihn findest falls du ihn findest du bist ein knabe mit ein paar monaten training er ist ein erwachsener mann mit vielen jahrzehnten der erfahrung wenn du im kampf gegen die templar bestehen willst wirst du das hier brauchen eine kiste natürlich das was drin ist uuuu gleich zwei davon mach schon bevor ich meine meinung ändere hui ich glaube wir kriegen gleich die Möglichkeit sie das erste mal einzusetzen draußen ist stunk so 25 gegner mit der versteckten klinge eliminieren 025 und einen bären mit der versteckten klinge töten was schreiten der da draußen so soll ich rausgehen oder hier hallo oder gucken wir durchs fenster wieder gefressen wird von irgendjemandem hey ich geh mal zur tür hilfe 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 ich bin doch da es ist joffrey oder godfrey wie ist er noch eben einer von den einer von den godfrey heißt er nicht joffrey godfrey aber wo joffrey montag montag leute kommt game of thrones freut ihr euch auch schon drauf äh das wird legendär glaub ich sechs folgen nur dann ist ende montag geht's los nachts um drei nachts um drei kann man kann man kann man anfangen zu gucken wenn man das dann äh sofort sehen möchte auch schon auf sky glaube ich irgendwie wird glaube ich zeitgleich mit uhr mit us dings übertragen ich glaube ab nachts um drei oder vier da unten er ist gerade unter der brücke durch godfrey mit einem baumstamm im fluss oh ich hab was ah katzen arschkatzen ich darf das wasser nicht berühren zu hilfe 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 mal wie schnell der wie schnell der treibt und guck mal wie guck mal das wasser an so schnell fließt der bach hier gar nicht zu hilfe hilfe nicht so viel wasser schlucken mach den mund zu hilfe 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 hilf x4 Oh oh, fast abgesoffen. Der ist bestimmt Ihre, oder? Der, der, der im Wasser war. So, Rettung aus dem Fluss. Abgeschlossen, ohne Wasser zu berühren. Die Ruhe wird mir fehlen. Aber das Holz können wir gut gebrauchen. Das Haus benötigt viel Arbeit. Das und andere Dinge. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Finde ich gut. Und was? Was nützliches. Was nützliches. Das fand ich ganz cool, dass man hier später diese ganze Devonport-Siedlung aufbauen konnte. Immer mehr Siedler dazu kamen, mehr Geschäfte. Die Holzfäller waren die ersten. Aber es kommen halt noch andere Siedler, die sich hier dann niederlassen. Eine Kirche wird dann auch noch gebaut und alles mögliche. Da. Wenn sie die Siedlung ausbauen, erhalten sie Zugang zu neuen Ressourcen und schalten neue bla bla. War zu schnell weg. Aber eigentlich, dass ich das gerade gesagt habe. So, aber oben brauchen wir auch welche Hilfe. Und das war nicht an der Küste. So. Siedlungsmission haben wir da unten. Das ist das, was ich gerade gesehen habe per Dings. Hauptmission haben wir dann dort. Und das ist das Heerenhaus. Was haben wir hier noch für Zeichen? Godfrey und Diana. Diana kenne ich auch noch nicht. Das ist eine Ärztin. Hey, Diana. Hallo. Kann ich mit dir reden eigentlich? Hallo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, yourself. Höflich ist sie ja. Gut, dann gehe ich da erstmal zur Siedlungsmission. Da hat nämlich jemand Stunk. Auch wenn das Gebiet der Siedlung ziemlich groß und weitläufig ist. Und das dann auch im Winter, wenn du durch den blöden Schnee stapfen musst. So, durch Abschluss der Siedlungsmissionen auf der Karte wird die Herstellung freigeschaltet. Lass ihn ja einfach mal hängen. Was um alles in der Welt geht denn hier vor? Bitte. Hallo. Au. Du hast mich gerade geschubst. Ich hatte dich gewacht. Wo sind denn meine, 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 als das hinklingt? Äh, auf der Seite. Auf der Taste, alles klar. Oder ich kann das Tomahawk nehmen. Ist bestimmt auch geil. So, jetzt. Raus aus meiner Siedlung. Ja, ich komme ja schon. Der hier lebt noch. Pass auf. Ich wollte ihn eigentlich töten hier, den Typen. Ja, ja, nun schrei nicht. Ich komme ja schon. Oh, das sieht nice aus gerade mit dem Hintergrund. Kann sie sie mit einer Hand erst mal. Hey, Lenz. Bist du wohl auf? Ich glaube, es ist nicht viel passiert, nur ein gehöriger Schreck. Ha. Sein Wagen brennt leider mit dem ganzen Holz. Nein, nicht um. Allein schon mein Werkzeug ist sehr viel wert für den richtigen Mann. Wie auch immer. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ist noch weit bis zum nächsten Gasthaus. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Hast du kein Zuhause? Ach, na ja. Ich war ein stolzer Bewohner Bostons bis vor kurzem. Doch ich bin einfach kein Unterstützer ihrer Majestät. Und die Loyalisten verjagten mich aus Haus und Werkstatt. Viele hier in der Gegend könnten die Dienste eines tüchtigen Handwerkers gebrauchen, falls du dich irgendwo niederlassen willst. Ist das wahr? Das werde ich mir ansehen. Ja, praktische. Wir haben die Holzfäller, die für Holz sorgen. Und jetzt auch schon den ersten Tischler dabei. Die dann natürlich super zusammen harmonieren. Und da hat er auch schon sein Haus aufgebaut. Der ist schnell. Der ist ein sehr schneller Tischler. So, den Schnitz aus Waffen. Einstandsfeier. So, da haben wir den. Landstischler kann nun Waren herstellen und so weiter. Ja. Für die Siedlung. Keine weitere Aufgabe. Nee. Haben wir Lands und so weiter. Und die haben im Laufe der Zeit noch weitere Aufgaben, um dann die ganze Siedlung hier noch größer zu machen. Und je besser es der Siedlung dann geht, umso besser geht es dann auch dem Haus, dem Haupthaus oben bei Achilles. Und dann ist das nicht mehr so brüchig und sowas. Dann richtig schön. Geht einfach rein. Man kann ja nur mit denen reden, wenn sie auch draußen sind. So, und jetzt runter zum Anleger. Das ist aber auch schon wieder ein neues Symbol. Die Dame hier, die kann ich auch noch nicht. Die spricht nur nicht mit mir. Ist die Ehefrau von einem von den Holzfällern, glaube ich, gewesen. Ich muss an diesem Felsen vorbeikommen. Können wir hier hoch? Ja. So, da unten ist das Bootshaus der Anleger. Ich muss komplett rumlaufen. Ich sag ja, es ist sehr weitläufig, das Gebiet. Hier ist ja erstmal noch das Haupthaus. Nein! Da bin ich ja abgerutscht. Es ist Winter. Gefährlich. Eine Klippe rumzulatschen, wenn alles schneebedeckt ist zum Ausrutschen. Da ist Hinkebein. Hier ist er. Na dann, Hinkebein. Der Typ mit dem Holzbein hier. Mit seinen alten Geschichten. Für den muss ich die ganzen Schätze finden. So, hier haben wir Achilles. Hier wollte er mir was zeigen am Bootshaus. Ich bin da. Hau ab! Sag dir, hau ab, Bursche! Spricht du das Königsprache nicht? Der Robert. Haben sie dich gesehen, alter Mann. Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du konntest. Hm, ja klar. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. In Stand? In Stand? Verzeiht meine Manieren. Sie ist immer noch die Schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten, aber... Mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Na, die Akiya-Bursche! Das Phantom der Nordmeere! Das Boot. B-B-B-Boot? Das Boot. Sie ist ein Schiff, Bursche, und macht da keinen Fehler. Ich dachte, er soll hier alles in Stand setzen. Ich sage, der ist das grünste Greenhorn im Grenzland. Connor, komm zu mir zum Gutshaus, sobald du hier fertig bist. Du sagtest, es braucht etwas Pflege. Kannst du das? Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Sie-Bursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Wie lange bis es... Sie... ...in See stechen kann? Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew. Vielleicht solltest du erst mal die Flasche weglegen. Damit du mal wieder nüchtern wärst, mein Freund. Das war Robert Fulkner. Das Ding da wieder auf Vordermann zu kriegen, ey. Da ordentlich was zu tun, oder? Guck dir das Ding mal an. Naja. Wieder hochlaufen zum Haupthaus. So, die Holzaufgaben habe ich nämlich noch nicht hier. Tischlerei und Segemühle. Die kriegen das Schiff schon zum Laufen. Hoffen wir mal. Ich kann hier vorne aber schon gleich den... ...den Klunker mal schnell mitnehmen. Für Hinkebein. Oh, da ist ein Wolf. Und der will angreifen. Hey, der hat doch einen Pfeil im Kopf. Okay. Das war knapp. Kriege ich den Pfeil wieder. Und der Pfeil ist noch gut, eigentlich. So, Klunker, Siedlung 1 von 4. Habe ich schon mal eins. Ich glaube, jetzt zum Haupthaus von Achilles müsste er mir eigentlich die Montur geben. Ende von Sequenz 5 hier. Waschbären sind auch immer irgendwie immer an der gleichen Stelle, ne? Aber wenn du da vorbeikommst, kannst du den Waschbärl zerlegen. Huch. Ich glaube, jetzt geht gleich die Sequenz los. Ich muss dir was zeigen. Was denn jetzt? Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Ach so. Und das hier? Ach, das ist Jahre her. Vor dem schleichenden Fieber. Vor den Templern. Bevor alles zusammenbrach. Aber das ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Okay, jetzt sehen wir, wie wir die Sache hier noch ausbauen können. Im Bereich Lager können Gegenstände von den Bewohnern der Siedlung kaufen. Außerdem werden alle Ressourcen in ihrem Besitz angezeigt. Okay. Wald, Eichenholz und so weiter. Jetzt schon Holz kaufen? So, die Holzfäller Godfrey und Terry haben Eichenholz zur Verfügung, dass sie ihn abkaufen können. Man muss dann immer warten, bis sie wieder neu arbeiten, neues Holz bekommen. Sugar, willkommen zurück. So. Mit L können sie die Anzahl festlegen oder mit Viereck die maximale Anzahl auswählen. Kaufende Menge, 1. Wie brauche ich denn? 3. 3 ist max. Na dann. So, neuer Gegenstand gekauft. 3 Holz für 24 Pfund. Eichenholz ist im Handelslager verfügbar. Derzeit ist alles ausverkauft. Aber die Holzfäller werden das Lager regelmäßig neu befüllen. Natürlich. Konvoi in Siedlung. Ha, keiner. Das Eichenholz kann über ein Konvoi an Händler verkauft werden. Aber ich will das doch nicht verkaufen. Das brauchen wir auch noch für unser Schiff. Hey, Fehmox. Eichenholz kann jetzt gehandelt werden. Okay, haben wir weg. Jeder Händler und jeder Ort hat Vor- und Nachteile bezüglich Zeit, Risiko, Steuern und Wert eines Produktes. Wählen Sie mit Bedacht. Also wenn wir, es kann halt passieren, wenn wir jetzt den Konvoi mit Holz losschicken, dass der überfallen wird und so weiter. Deswegen müssen wir da mal aufpassen. So, deswegen kann ich jetzt hier den Händler noch wählen. Und den Konvoi dann losschicken. Risiko sind 35%. Steuern sind 30%. Reisedauer 12 Minuten. Fehmox läuft gut, wie immer. So, die Ausbildung beginnt, haben wir abgeschlossen. Sogar mit wieder voller Synchronisation. Danach verging die Zeit sehr schnell. Sechs Monate später. Wobei. Über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen. Ihre Pläne durchkreuzen. Dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihnen jetzt entgegenzutreten wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld. Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten. Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Allerdings. So, sechs Monate später. Da hat er in sechs Monaten hier das Schiff aber ganz gut aus dem Dreck gezogen. Schon mal. Gar nicht so schlecht. Haben wir noch Siedlungsmissionen, die vielleicht hier noch auf der anderen Seite sind? Nö. Aber ein Gespräch. Interaktives Gespräch haben wir neu. Wobei das Gespräch sollte ich mal führen. Vielleicht gibt der mir noch Hinweise oder Aufträge für was Neues. Oder mir wird gesagt, was sie benötigen und sowas. Kann man immer mal einen Besuch abstatten, um sich um die Siedlung zu kümmern. Aber Outfit haben wir immer noch nicht gekriegt von Achillis. Da haben wir gerade Biber gesehen. Biber waren da. Und wir wissen ja alle, zwei Biber sind immer besser als einer. Bleib oben. Ja, und da durchgehen. So, Landkonvoi nach Boston in 10. So, die Ladies reden da miteinander. Diana und die anderen. Was gibt's denn hier Neues? du musst Connor sein. Wir warten schon lange darauf, dich zu treffen. Ich bin Catherine und das ist Diana. Wir sind die Frauen der beiden Holzköpfe, die Bäume fällen. Ach, wie nett. Die Jungs haben so viel von dir erzählt. Schön, dass wir dich endlich kennenlernen. Ist mir ein Vergnügen. Wir sprachen gerade darüber, wie schön diese Gegend ist. Hier am Fluss und niemand lebt stromaufwärts. Ganz ehrlich, Gottfreys Brief machte mich misstrauisch. Aber jetzt, wo ich hier bin, muss ich sagen, ich bin froh. Vorher lebten wir nördlich von Champlain in einem Wirrwarr aus Felsen und Brombeeren. Schrecklich. Es ist schön, zur Abwechslung mal auf den Hügel und ins Meer gehen zu können. Eure Männer halten euch auf Trab. Damit kommen wir schon klar, Connor. Die Jungs glauben, sie hätten die Hosen an. Aber die wahren Herren stehen gerade vor dir. Ohne Zweifel. Das glaube ich gerne bei den beiden. Äh, Black, Black Sword, hallo. Neue Belohnung im Herrenhaus freigeschaltet. Belohnungen, okay. Ist ja nett. So, so lernt man die ganzen Siedler hier auch noch ein bisschen besser kennen. Da haben wir Catherine. Okay, dann jetzt zurück. Zurück zum Bootshaus. Sequenz 5 ist aber auch an sich echt ein langes Kapitel hier. Wenigstens haben wir den tristen Winter wieder hinter uns gebracht. Jetzt sieht hier wieder ein bisschen freundlicher und grüner aus. Was ist denn das da für ein weißer Fleck? Interessant. Als ob sie da was hinladen wollten, was nicht aufgetaucht ist. Replay, hallo. Guten Abend. Konvoi verteidigen. 4,50? Ist gar keine Zeit. Und ein Konvoi verteidigen. Geht auch nicht von hier aus, ne? Jetzt wird unser Konvoi angegriffen mit dem schönen Holz drauf. Hm. Replay an den nächsten Monaten kommt gar nicht so viel raus. Und was ich spielen werde in den nächsten Monaten, habe ich ja alles schon im Community-Tab angekündigt, was da kommt. Da habe ich ja meine Pläne für die nächsten Monate aufgezeigt. Das wäre dann einmal Days Gone, das kommt als erstes. Und danach Plague's Tale, Innocence. Mehr kommt da in den nächsten Monaten nicht. Dann erst wieder im August. Da kommt Control. So wie ich es schon im Text geschrieben hatte. So, wir müssen mit dem Schiff fahren jetzt. die erste maritime Mission. Die harte Tour. Da hinten hin. Ich glaube, bevor ich die Mission starte, so, gehe ich mal ganz kurz auf die, auf die Toilette. So, ich bin, bin sofort wieder da. Dann fahren wir hier noch mit dem Boot raus. Also, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, mit der Akita nach Marthas Vinyard segeln, um sie mit Kanonen auszustatten. Zur Bemannung der Kanonen müssen außerdem Kanonmeister angeheuert werden. Okay. Schiff wieder auf Vordermeister bringen. Auf Vordermann. Sieht aber cool aus. Nein, 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 nein. Nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Bringt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Bringt Unglück. Noch einer der alten Schule. Wahrscheinlich auch keine Frauen mit an Bord nehmen, oder? Solide. Zwölf Knoten. Heftig. Wo fängst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehlen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mache noch einen Seefahrer aus dir. Und das Graussegelein ab in die Wanten und nicht einschlafen. Na los Männer, bringen wir sie da raus, wo sie sich vollfühlt. Assassin's Creed 3, damals der allererste Teil, wo man solche Missionen hatte, mit dem Schiff rumpf zu fahren. Das war quasi so der Prototyp dafür. Und in Black Flag wurde das natürlich sehr weit ausgebreitet. Aber hier, hier in dem Teil, Assassin's Creed 3, hat alles angefangen mit dem Schiffen. Das war das erste Mal der Gast. 1973, äh 17.73, schon wieder drei Jahre später. Meine Güte. Und nicht kotzen. Und ich fand es damals in dem dritten Teil hier. Äh, schon so geil. Und es gab nur so eine Handvoll Missionen, die man hier machen konnte auf dem Schiff. Und dann dachte ich mir so, ey, wie geil wäre das dann gewesen, wenn sie daraus ein Meer gemacht hätten, ne? Und dann später, bis ein paar Monate später wurde dann Black Flag angekündigt. Wo es dann, ja, mit Piraten und sowas war. Das war schon ziemlich, ziemlich nett. Ich bin ja da, schreie nicht. Aber hier sieht man jetzt auch, dass sie da mal ordentlich nachgebessert haben für das Remastered. Ja, in der Optik. Schön. Aber nur halbes, nur ein halbes Siegel. Haha, die Akia fliegt wieder. Fühlst du es, Junge? Setze kurz auf Barthas Vignard. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Seht ihr einwändige Schiff, auch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Und unser Fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volle Segel, wenn du magst. Volle Segel! Volle Segel! Volle Fahrt! Jetzt gehen sie mal ab hier. Der Wind dreht sich bald. Sei wachsam, Connor. Wenn die Gewinde sind, schwer zu meistern. Der Wind dauert aber ganz schön rein hier. Mein lieber nochmal ein Siegel weg. Wo kommt plötzlich der Wind schon wieder her? Mach den mal aus. Jetzt, bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Und willst du schnell wenden? Setze halbe Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Ich bin ja schon auf halbes Segel, damit das hier leichter geht zum Steuern. Wir dürfen keinen Schaden nehmen, bis wir da ankommen. Ich fahre mal den Schiff da vorne hinterher. Der kennt den Weg. Wenn der nicht aufläuft auf Felsen, dann machen wir es auch nicht. Gefährliche, schmale Kanäle hier. Pass auf die Schiffe auf! Bleib auf Kurs, um dein Weg gerecht zu behalten. Der ist aber auch ganz schön schnell unterwegs hier, der Kleine. Und da ist bessere Stimmung als auf unser Boot. Das ist aber kein Boot, das ist ein Schiff, ich weiß. Oder eine Sie. Wie die Leute da vorne ständig nach oben und nach unten klettern, als hätten sie den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Können wir das Deck schrubben ein wenig. Da oben ist auch Stimmung da, am Land. Oh, oh, Winde schon wieder. Naja, solange wir im Kanal sind, fahre ich lieber noch ein bisschen vorsichtiger hier. Na, jetzt können wir hier schon mal volles Siegel geben. So, und da links haben wir es dann gleich. Ich sehe es. Ist auch ein Riga-Verkehr hier bei der Stadt. Ich bin schon im halben Siegel. Anker werfen. Wir gehen an Land, Kanonen und Offiziere suchen. Cool. Macht immer noch genauso viel Spaß wie früher. Hallo, Miss Mandy. Miss Mandy. Oh, Mandy. Klatterwatt. Klatterwatt. Aha. Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was halten Sie davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Gut gesagt. Der Kier ist ein feines Schiff. Wir stoppen Sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Ah, er hat ihn von Portrait erkannt. Benjamin Church und hier der andere. Die Pampler. Solltest du dir überlegen, Biddle. Bobby Fogner spielt jetzt die Abre. Nikolas Biddle? Den kenne ich auch nicht. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. So was gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los. Der sieht auch schmierig aus, oder? Der Buddle. Buddle? Biddle. Nikolas Biddle. Und da sind unsere Kanonen. Sogar schön verziert. Ein paar Schnitzarbeit noch dran und so. Wir müssen, ne? Nicht einfach irgendwelche Kanonen. Wir brauchen schöne Kanonen. So, das Ruder mal wieder übernehmen. Segeln wir jetzt wieder nach Hause. Wieder durch den Kanal. Oder können wir gleich die Kanonen auch mal testen. Ich bin da. Mein Schiff. Da vorne sind aber auch gerade schon viele Schiffe aufgelaufen. Ein weiterer Mann ist ein Templer. Wer war da bei ihm? Ein Templer. Der Jungspund war Nikolas Biddle. Ein Wiemann segelt vor dem Mast. Ein Seekadett der Korne. Sind die Kanonen bereit? Nein. Aber wir sollten nichts überstürzen. Wir finden ein passendes Ziel und zeigen dir, wie es geht. Wir haben bescheidene Menge Kanonen an Bord. Aber sei versichert. Die Wracks. Wir haben Platz für weitere, falls du sie brauchen solltest. Ja, ja. Wir brauchen noch weitere. Wir brauchen noch mehr. Mehrere Kanonenreihen hier. Sieht aus wie eine abgetakelte britische Fregatte. Die sollte reichen für erste Zielübungen. Bringen sie auf unsere Breitseite. Und wenn alle Kanonen im Ziel sind, rufst du Feuer. Erlauben sich zielen. So. Man sieht jetzt nur den weißen Bereich unten. Ich kann jetzt die Flugbahn und so nicht rechnen, wie das dann später aussah. Da haben sie dann auch noch ein bisschen dran gearbeitet. Jawohl. Ich fand die alten Schiffsschlachten hier immer besser, als jetzt in den neuen Teilen bei Origins oder bei, jetzt besonders bei, ähm, Odyssey wieder. Mit den Pfeilen und sowas. Das ist halt nicht mehr so, nicht mehr so geil. Gut gemacht, Junge. Jetzt alle Kanonen auf den Bug und größtmöglichen Schaden anrichten. Auf den Bug für größtmöglichen Schaden. Halten, bis die Kanonen geladen sind. Dann loslassen wir wieder. Dass da immer noch Pulverfässer drin sind. Wieder mit Dreieck? Nee, L2. Okay. 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 Das hat geknallt. Nicht schlecht für den Frischling, Käpt'n. Du lernst aber schnell, wenn mich etwas interessiert. Wir finden Geschmack an der offenen See, hm? Wir machen noch einen echten Seebeeren aus dir. Aber jetzt sollten wir zurück. Der alte Mann wird mir sonst noch das Fell über die Haufen ziehen. Okay. Volles Segel. Über 1800 Meter hier. Rauf auf die See. Auf die offene See. Wenn die See so flach ist, ist es nicht ganz so spektakulär. Kanonenboote. Warum schießen die auf uns? Was solltet ihr tun? Wer könnte nichts tun, als uns zu wehren? Versenkt den Bastard! Wer nutt sich eh waschen, Käpt'n! Okay, da haben wir ordentlich reingehauen. Oh, die sind gleich alle drei weg. Das ging schnell. Ah, da hätte ich die Drehbassen benutzen sollen. Wenn ich das wüsste. Deckung! Uh! Die Drehbasse ist jetzt so weit weg. Deckung! Erfolgliche Angriffe in Deckung gehen, das schaffe ich. Dann kommt der dritte. Da habe ich am Anfang schon die Drehbasse verkackt. Hör auf! Lass mich auch mal schießen! Feuer! 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 Die haben auf jeden Fall zwei Reinkanonen, deswegen können sie so oft schießen. Feuer! Oder die laden schneller nach, eins von beiden. Rechts auf halbe Segel! Runter! Runter! Wir haben aber noch keinen Rambock, leider. Ich wollte da dichter ran, ey. Achtung! Feuer! Ah, sieht gut aus. Die Drehbasse sind wir noch zu weit weg hier einfach. Flüchten die jetzt vor uns? Ja, komm! Ich fühle dich da ran, damit wir noch ein bisschen die Schwachstellen mehr erwischen können. Deckung! Achtung, 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 Achtung! Langsam einlenken. Jetzt haben wir sie wirklich gleich. Okay, so geht's. Komm schon, fahrt rein in mein Schussfeld. Und da gehen die daun. Naja, geht so. Das hast du schon mal gesagt. Jetzt aber wirkt nach Hause. Wir haben noch nicht mal eine richtige Galionsfigur. Da muss noch was richtig Cooles hin. Bei Odyssey habe ich im Moment da so einen geilen Medusa-Kopf. Der sieht auch ziemlich nice aus. Gorgonen. Und am Ende die Drehbassen verpasst. Deswegen keine 100% Synchro. Das kann ich aber später alles nochmal nachholen. Das eilt ja nicht. Mittlerweile bin ich aber doch echt... Äh... Doch ein bisschen zufrieden, dass ich das doch nochmal spiele, den Teil. Ich meine, ich habe es am Ende... Äh, am Anfang echt nicht mitbekommen, dass es das kostenlos gibt für den Season Pass. Aber es macht so Spaß. Wer ist dieser Mann? Hinkebein. Nun, der alte Seebeer spricht ständig von irgendwelchen Briefen von Käpt'n Kitt. Fälliger Unfug. Aber er tut keinem was, also lassen wir ihn. Sprich mit ihm, wenn du magst. Doch Vorsicht, er kaut dir ein Ohr ab. Wie auch immer, die Akia steht bereit. Wenn es dich wieder aufs Meer hinauszieht, warten wir auf dich. Alles klar. Dann bitte ich dich, geh wieder auf den Hügel, bevor der alte Mann wegen mir den Ruhestand beendet. Wir kriegen ja auch weitere viele Updates für das Schiff. Können dann noch mehr Kanonreihen reinbauen. Oh, schon im Haus. Und du hast dich nicht einmal verabschiedet. Wir waren mit dem Schiff einige Wochen weg. Vier Wochen mit dem Schiff? Ui. Haben wir lange gedauert. Und? Worauf wartest du noch? Zieh das an. Einst vor langer Zeit gab es eine Zeremonie für solche Anlässe. Aber ich glaube, wir beide sind nicht der Typ für so etwas. Du hast Werkzeug und Ausbildung. Du hast Aufgaben und Ziele. Und nun hast du einen Titel. Willkommen in der Bruderschaft, Connor. Da ist die Montur endlich. Sequenz 5 beendet. Hey, Dominik. Der Tag, als die Templer... Keine Ahnung. Mehr steht da nicht. Als die Templer sangen. So, die alte Achilles-Montur. Natürlich hier noch ein bisschen angepasst für Connor. Auch damit das so ein bisschen sein Volk widerspiegelt mit den... Federn und so. Gute Neuigkeiten. Ja. Es ist mir gelungen, eine Energiequelle zu finden. Und sie ist nicht weit weg. Lust auf einen Trip nach Manhattan? Ist es denn auch sicher? Abstergo wird doch bestimmt nach uns suchen. Nichts ist sicher. Wir können aber auch nicht hier rumsitzen und auf Glück hoffen, oder? Wir brauchen die Energie. Außerdem wirst du unsere Aktionen schon verschleiern. Vielleicht. Die Templer haben ja Zugang zu allen möglichen Satelliten und Kamerasystemen. Wir müssen unsere Digitalsignatur irgendwie verbergen. Den Van kann ich vermutlich auch tarnen. Nur für uns kann ich nichts tun. Das ist doch einfach. Ja. Gehen wir wieder in die Realitätsmission hier. Connor muss die Suppe von Shay auslöffeln. Ja, aber Shay... Ich weiß nicht. Ich mochte Shay nicht wirklich vom Charakter her. Der hatte so... So was von keine eigene Meinung. Versicherten die örtlichen Versorgungsunternehmen, dass sie auf die bevorstehenden Sonneneruptionen gut vorbereitet sind. Die zu erwartenden Auswahlzeiten bezeichneten sie als Minima. Gefährliche Sonneneruption. Tja, wenn die wüssten. Was ist das? Eine ferngesteuerte Kamera. Sie versorgt uns mit Bildern, wenn du auf einer Mission bist. Klar. Voll die Drohne, ey. Und das ist unsere Sprechverbindung. Wir sind fast da, also hör zu. Das Artefakt ist in einem Penthouse-Büro in Lower Manhattan. Um diese Uhrzeit würde jede Art des direkten Zutritts bemerkt werden. Ich glaube, wir haben bessere Chancen, wenn du von oben kommst. Wie von oben? Mit dem Fallschirm. Machen wir nicht so einen Lärm hier? Hörst du mich? Test, Test. Eins, zwei, drei. Ja, verstehe dich gut. Aktivier doch mal die Kamera. Ich hab ein Bild. Die Diagnose läuft. Das ist aber ein schlechtes Bild. Perfekt. Ich hab ein schönes Start-Signal. Das nennst du ein schönes, klares Signal? Also nimm mal HD. So, sind wir hier in der Gegenwart mit Desmond unterwegs. In Manhattan. Das fand ich eigentlich damals auch eine coole Mission, wenn man das das erste Mal spielt. Dann halt mal so eine richtige Mission in der, in der Gegenwart zu haben. Achilles hat damals auch keine guten, guten Entscheidungen getroffen. Das stimmt schon. Vor allen Dingen haben sie Shay damals ja auf Missionen geschickt, aber ihnen dann einfach nicht so viel erzählt. Und als Shay ja dann, ähm, die, angefangen hat, die Athassine damals dann zu beschuldigen, haben sie ja auch nicht wirklich das Gespräch gesucht. Und Achilles hat da auch ein Teil dazu beigetragen, ja. Die haben damals beide Seiten echt extreme Fehler gemacht. Aber dass, dass sich Shay dann so manipulieren lassen hat von den Templern, weil er einfach selbst ein bisschen verblendet, verblendet war in seiner Sicht, fand ich das auch nicht gut. Also, ich weiß nicht, mir, mir, ähm, mir hat der Charakter einfach nicht gefallen. Die Geschichte an sich fand ich okay. Uh, hier geht's weiter runter. Ehrlich schon. Leck mich. Ich fand halt cool, wie das dann am Ende geendet hat mit dem Übergang zu Unity dann. Dass quasi der, der Anfang von Unity halt das Ende war von, von, von Assassin's Creed Rogue. So, Lower Manhattan, ne, wurde ja gesagt. Da geht's tief runter hier in den, ähm, Haus, Hochhausschluchten. Von New York. Wir klettern hier irgendwann irgendwie, irgendwelchen Baugerüsten rum, ey. Gefährlich. Spider-Man wäre da definitiv schneller hochgekommen. Der war auch in Lower Manhattan unterwegs. Uh, das Ding bewegt sich. Es schwingt. Schön, wie die Kabel einen dem Weg weisen. Oh Gott. Sie ist positiv. Jetzt gibt es keine Security mehr. Oder nicht ganz so positiv. Ein falscher Schritt und du bist effektiv breit. Das stimmt. Klappe schon. Geh hoch, wenn das geht. Ich höre einen Hubschrauber. Auch immer, dass es kein feindlicher Hubschrauber ist. Okay, da muss ich hoch. Geht's auch hier hoch? Nein. Uh, da bin ich fast abgerutscht. Uh. Brauchst du auch echt Eier in der Hose, oder? Bei der Höhe einfach so rauszuspringen auf so einen Stahlträger? Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte schon vieles nicht gemacht. Sollte. Das klappt schon. Ja, ja, ja. Ihr sitzt im Büro, weißt du? Schon. Ein Witz. Das war ein Witz. Oder nicht? Naja, 17.63 ist er jetzt schon länger zurück. Wir sind ja jetzt schon lange, 17.73 sind wir jetzt schon angelangt hier in dem Teil, ja. Auf den beleuchteten Kran, so. Und von da oben machen wir dann schön den Basejump. War das ein Jet? Ist mir gerade das Spiel stehen geblieben? Standbild, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ha. Ich glaube, das ist abgestürzt. Gerade bei mir. Hatte ich auch noch nicht. Hier komme ich noch raus. Spielabsturz. Interessant. Schade. Ich glaube, da passiert nichts mehr. Das muss ich ausmachen. Ich hoffe, da hat er das gespeichert. Wenn nicht, muss ich glaube ich die Erinnerung nochmal neu spielen. Leila geht eigentlich. Leila ist halt ein anderer Charaktertyp, ne. Ich meine, sie war ja selber sogar bei den, äh, bei Abstergo hat er gearbeitet und hat dann später dann wieder aufgehört. Okay, einen Absturz hatte ich bisher noch nicht. Ich bin jetzt schon viele Stunden jetzt wieder unterwegs hier. Sieben. Oder fast acht. Acht Stunden Spielzeit. Und einen Absturz. Das ist natürlich nervig. So was sollte in einem Remastered eigentlich nicht vorkommen. Schon gar nicht an so einer Stelle. Die Menümusik ist so laut. Aber das Gute ist doch in den, in den neuen Teilen, dass man wieder einen, äh, Gegen-Gwarz-Charakter hat, mit dem man ein bisschen, bisschen länger unterwegs ist. Weil bei Assassin's Creed, äh, Unity, Unity und auch Syndicate, da war man ja nur so ein komischer Abstergo-Mitarbeiter da, der da ständig nur in dem Animus und im Büro rumgelaufen ist. Da finde ich das mit Leila jetzt wieder ein bisschen besser. So. Heute, 20%. Heute ist, glaube ich, die, die, ja, Szene sein mit, mit Desmond. Ich glaube, das muss wieder neu. Neue Dimension starten. Ach, guck mal, sogar an der Stelle, wo es gerade abgestürzt ist. Genau hier wieder. Ja, das, das ist ja gar nicht so schlimm. Ich muss einfach das Spiel neu starten, aber ich bin genau, genau an der Stelle. In acht Stunden einen Absturz davon müssen manche Spiele träumen. Joa. Joa. In Antrim wäre ich da schon, schon mächtig viel, viel mehr rausgeflogen. Wenn du bereit bist, aber öffne den Schirm erst auf mein Signal. Das Timing ist hier sehr wichtig. Triffst du es nicht, verfehlst du das Gebäude. ClaimTV, moin. Wie das mit dem Aufnehmen geht von der PS4 und so. Naja, mit einer Capture Card, wie man das schon, schon seit Jahren gemacht hat. Ich habe zum Beispiel eine Elgato. Elgato Capture Card. Die, äh, nimmt das Bild auf von der PS4. Und streamen tue ich dann mit OBS, wo ich die Capture Card mit eingebaut habe, als, äh, als Szene sozusagen. So, dann springen wir mal. Ja, ja, ich drück doch. Ich hatte echt gedacht, nach dem Absturz, dass wir diese ganze Erinnerung gerade nochmal neu machen müssen. Aber ne, direkt an dem Kran fangen wir wieder an. Das ist eigentlich cool. Und jetzt landen wir erstmal auf dem Hubschrauberlandeplatz. Schön abgerollt. Und das Artefakt. Von den Vorläufern. Besser gesagt, erste Zivilisation. Schon wieder? Irgendwie mag er diese Sequenz hier nicht, kann das sein? Irgendwas stimmt mit der, mit der, mit der Gegenwartssequenz hier nicht, dass das, dass er da ab, abkackt. Ich glaube, da wäre nochmal ein Update, aber sowas von, von nötig. Wenn in einer, in einer Erinnerung Sequenz zweimal das passiert? Das ist ja voll, voll hart. Na, ne. Ja, guck mal, aber die läuft noch weiter. Hört ihr das? Der Sound läuft weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war, 2012. Da gab's keine Probleme, glaube ich, in dieser Sequenz. Aber irgendwie jetzt hier bei den Remastered Marker das nicht. Ich würde die gerne, ganz gerne heute nochmal abschließen. Also diese Mission, damit man dann beim nächsten Mal anständig weiter, weiter zocken kann. Aber das ist ja, das ist ja voll ätzend. Ist aber jetzt das erste Mal, wie gesagt, bei der, bei der Version, dass sowas passiert. Im, im Animus drin funktioniert ja alles. Die mögen Desmond nicht in der, in der, in der Version. Wir haben jetzt noch eine MAysit obsessed mit dem, der, in der Tränen ordentlich ist. Und, ich wir die hatten ja auch nun nur diese grosse Möglichkeit. Wir haben sie mit unseren und anderen. Ganzcep Tay. Mehr ouventeilz, einfaches Margit. Steiginos Wenn nicht internationale die Spielplatz-G Isso kommt klar? Bis jetzt dann am Tren Eles misterbos you immer wieder. Bis dann ist es wichtig. hoffentlich klappt es jetzt wir sind ja fast schon raus aus der, also die Mission ist ja schon fast vorbei vielleicht liegt es einfach an New York die Stadt ist einfach viel zu groß nur als Warnung, von jetzt an hast du keinen Zugang zum Aufzug du musst auf die altmodische Art nachrufen jetzt, jetzt den Schirm aus bei dir ist es noch nicht abgestört, auch nicht bei der Mission hier also ich habe das jetzt das erste Mal hier jetzt in dieser Desmond Krams sonst auch nichts gehabt keine Probleme sonst lief das einfach sehr gut aber jetzt gerade hier am Ende ist komisch hoffentlich klappt es jetzt das war nicht übel so, du bist also Desmond ich hatte etwas anderes erwartet aber ich schätze, dein Verein hat heutzutage wenig Optionen wer bist du? frag deinen Vater jetzt gib mir das wohl kaum pass auf ich soll dich zwar nicht umbringen aber der Boss hat nichts davon gesagt dass ich dir nicht wehtun darf also ich zähle jetzt bis der hat gesessen wieso, das war es schon das ist so, wie länger geht es ja nicht Elgato hat damit gar nichts zu tun weil die Playstation registriert die Dinger gar nicht für die, für die ist die Elgato nichts anderes als wenn du es am Fernseher anschließt ist ja das gleiche Gabel ist ja nur ein Zwischenstück wer zum Teufel ist Daniel Cross glaub es oder nicht er war mal ein Assassine war mal der ich habe da oben Kameras aufgebaut wenn jemand kommt, sehen wir es ich schlage vor du suchst einen Anschluss für die Energiequelle oder wir gehen zurück zu Connor wenn du willst alle Artefakte der Welt sind nutzlos ohne den Schlüssel ja die Anschlüsse für die Energiequellen muss ich wirklich mal finden hier ich habe nicht mal den ersten gefunden weil es da nicht weiter ging na guck mal jetzt ist da oben die Minerva an der Stelle äh nicht Quatsch Juno wie komme ich auf Minerva ist die andere Juno ist das die die da oben rumtanzt ich gehe da nochmal hin vielleicht geht es da oben irgendwo weiter Anschluss für die Energiequelle finden da ist sie die Tante gibt nur einen Weg das herauszufinden ähm Hathen Hathen ist an sich schon interessant ja aber ich mag keine Charaktere die ähm Seiten wechseln weil das einfach keine die haben halt keine klare Idee vor Augen die lassen sich dann meistens immer zu viel beeinflussen von irgendwelchen Ideen und er ist auch zu sehr von sich selbst überzeugt jetzt rennt ihr da oben rum die Tante ist aber der Bereich ja aufgegangen was ist dein Fakt steht er fest unabänderlich ist seine Existenz wirklich sicher und wartet er nur auf seine Entdeckung oder kann er geändert werden hier erfuhren wir die Antwort und dachten sie können uns sein sie wurden genutzt um zu befehlen zu kontrollieren zu besetzen aber wir fanden bald einen weiteren Nutz waren es jetzt die Nutzwürge die alle glaubten nahmen ihre Gedanken vor Ort aber sie wurde zu wenn hundert eine Mauer zerstören oder einen Baum erschaffen konnten was würden tausend vermögen siebtausend mehr könnten wir die beeindruckt ändern und die Bedrohung wegdenken wir beschlossen ein in den Himmel zu schicken um uns alle zu erleuchten in dem Moment sollte Einsatz gesagt werden wir sind sicher auf diese Weise wollten wir die Beeinkunft ändern und so die Welt retten jedoch kam es nicht dazu wir starteten ein Dutzend von ihnen aber wir konnten sie nicht kontrollieren den Strahl nicht lenken die Welt nicht steuern die Worte nicht sagen und obwohl dies schon sehr gefährlich war war unser nächster Versuch schlimmer Tja da haben sie viele 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 Menschen erschaffen um sie für sich arbeiten zu lassen die guten Vorfahren von uns hier aber am Ende hat ihre Technologie auch nichts genutzt und sie sind untergegangen so wird es allen gehen uns auch später mal unser erster Impuls war es zurückzureisen die Vergangenheit zu ändern doch wir fanden keinen Weg aber vorwärts wir konnten vorwärts blicken und so wollten wir über uns selbst hinausgehen und wissen was kommen würde erst beobachten wir ob unser Werk Erfolg hätte allerdings war die Antwort immer dieselbe so zogen wir wieder weiter sie jedoch verweilte jene die ihr als Minerva kennt schon bald beobachtete auch sie nicht mehr und stattdessen begann sie zu sprechen sie sprach durch die Zeit hinweg in der Hoffnung euch retten zu können sie versteckte unaufhinbare Botschaften sicher für dich und für jene die dich begleiten faszinierend hat sie mit Ezio gesprochen in dem in Brotherhood diese kryptischen Warnungen Drohungen sag uns was du willst tun sie doch wir sahen auch Riesen da selbst wir waren wie Heuschrecken in unseren Augen und somit auch in den ihren stell dir vor all das einem Zweichjährigen zu erklären einem Jungspund als sie sagten der wille der Götter sei unergründlich meinten sie es so buchstäblich claim gute Macht Lucy ist tot es war der Apfel so es war ich sah was sie war was geschehe wenn sie weiterlebt ich hätte es stoppen können ich meine da war ein Zwang aber ich musste nicht ich entschied mich Desmond Lucy wollte uns betrügen und den Apfel zurück zu Abstergo bringen ich sah den Satellitenstart ich sah seine Aktivierung und dann das Scheitern was auch hinter dieser Tür liegen mag es hilft Bruno wir müssen vorsichtig sein oh ja da müssen wir vorsichtig sein Quantum Kill Hallo da hinten ist sie wieder hier auch nicht hier geht es doch schon wieder runter die habe ich verlaufen ich wollte eigentlich darauf da komme ich auch nicht durch ich glaube da komme ich noch gar nicht hin wo sie jetzt steht da brauche ich erstmal wieder ein zweites Artefakt das ich da reinpacken kann da ist noch alles dicht glaube ich richtig schlecht finde ich Dominik finde ich gar kein Teil ne ich finde alle gut alle sind gut auf ihre Weise an der Art ich fand Unity auch nicht so schlecht Unity ist immerhin noch das schönste von allen von der Grafik her da gibt es keins was besser war wie da die Stadt aussah die ganze Bevölkerung so viele Leute die da dargestellt wurden mit Paris mit Paris das war schon das war schon das war schon ein tolles Erlebnis wir haben aber die die Charaktere haben mir nicht so viel gefallen in Unity jetzt auch die die Liebesgeschichte es war ja viel Liebesgeschichte zwischen den Templern und den Assassinen halt aber technisch die Optik von von Paris das sah mega gut aus ansonsten ist mein Lieblingscharakter mittlerweile Cassandra vom neuen Assassin's Creed ja ich glaube das nächste geht dann später weiter darum komme ich noch nicht rein hier ist noch alles zu wobei doch ach hier hier war ich noch nicht ja komm mal hoch das Loch gefunden Revolution gab es nicht du meinst Revelations Assassin's Creed Revelations fand ich stellenweise recht recht lahm ja aber das war auch zu viel einfach drei Spiele mit Ezio fand ich fand ich zu viel seine seine Geschichte hätte auch in zwei irgendwie reingepasst das das dritte von Ezio war stellenweise ein bisschen gestreckt ich fand die ganze Geschichte mit Konstantinopel nicht wirklich sehr interessant aber Revelations hatte mit die coolsten Szenen von allen Teilen so wie Ezio am Ende dann in die Grabkammer von Altair gegangen ist und ja die beiden Charaktere dann von Eins und Ezio dann irgendwie dann mal zusammen so in einem Raum war gut Altair war noch nur noch ein Skelett und so aber das war eine der besten Szenen überhaupt das hat Revelations halt ein bisschen gut gemacht ja aber ansonsten fand ich den Teil dann mit Ezio einfach zu viel drei Spiele und es war dann gut dass sie mit Assassin's Creed 3 wieder neue Charaktere eingebaut haben so da muss wieder neuer neuer Dings rein aber das habe ich halt noch nicht aber wir waren oben so ich müsste jetzt wieder zurück in den Animus hier in der Realwelt habe ich gerade nichts mehr ich kann mich jetzt hier wieder reinsetzen und dann weitermachen aber für heute ist es denke ich mir immer ein passender Abschluss waren jetzt schon über vier Stunden Rogue mag ich auch gar nicht ne ich habe das ja letztes Jahr gespielt als es in Remastered rausgekommen ist aber da fand ich auch nur einige Sequenzen ganz gut und fand es auch gut dass ich da mal die Geschichte gesehen habe und sowas aber Rogue fand ich nicht also dieser Charakter den man gespielt hat den fand ich fürchterlich naja die haben die haben Rogue schon als eigenständiges Spiel rausgebracht das war halt der Assassin's Creed Teil den es damals zu Unity Zeiten gab für die alten Konsolen damit die auch noch was hatten war aber da schon vollwertiges Spiel eigentlich was kein vollwertiges Spiel war war so Freedom Cry oder Liberation die extra rauskam naja guck mal das mit der Grabkammer und sonst was so das weiß ich nicht wenn sie das alles noch in Brotherhood eingebaut hätten wäre Brotherhood einfach eine mega geile Geschichte gewesen und dann hätten sie sich da die Zeit für Revelations mit Konstantinopel und das alles einfach sparen können so das hat es einfach nicht mehr gebraucht für Ezio Ezios Geschichte war einfach dann ein Tick zu lang so aber na gut Leute wir haben es nach 11 gleich schon halb 12 über 4 Stunden jetzt mir macht hier der dritte Teil jetzt in Remaster hat mal wieder Spaß weil wie gesagt ich habe 2012 das letzte Mal gespielt kommt vieles wieder in Erinnerung und ist immer noch ein geiles Spiel hier auch der dritte Teil ich mag die Geschichte ich mag die Charaktere ich mag auch Conor und Hazen und dann die Geschichte von den beiden finde ich ganz cool ich werde auf jeden Fall nächste Woche hier in den nächsten Tagen im Laufe der Woche jetzt wieder weiterspielen mal gucken Sonntag oder Montag geht es mit Assassin's Creed weiter morgen also jetzt am Samstag bin ich auch wieder online da spiele mir Way Out spiele ich mit Profit in Koop werden wir das ganze Spiel durchzocken werden glaube ich ungefähr 5 oder 6 Stunden sein die wir am Samstag spielen ich freue mich drauf und dann mal gucken Sonntag oder Montag geht es dann weiter mit Teil 3 hier im Remastered und Sekiro wird dann auch noch wieder gestreamt in der Woche also ja danke dass ihr alle da wart ich hoffe euch hat es heute gefallen die ganze fünfte Sequenz haben wir heute durchgespielt mit Conor wie er vom Kleinkind jetzt zu dem Assassinen wurde ja also mir hat es Spaß gemacht ich wünsche euch alle eine gute Nacht und vielleicht sieht man sich dann morgen im nächsten Livestream hier am Samstag ich würde mich freuen also schlaft alle gut und danke dass ihr da wart macht's gut bis denn ciao